Ich habe die Aufnahme mit starten, dass das dann auch läuft, natürlich, ist auch wichtig. Okay, Gregor, 1,8% Profit gemacht, okay, krass, das ist richtig viel, das ist sehr nice, okay, freut mich, sehr gut. Okay, was haben wir noch? Okay, Sven im Grün, okay, nice, Jonas Breakeven, okay, Alexander im Grün, okay, Nastic gelongt, okay, also quasi direkt nach dem Opening scheinbar, schätze ich mal, oder? Okay, nice, ich bin heute übrigens auch Breakeven, bloß so am Rande bisher, liegt einfach daran, es hat bisher noch, also ich habe heute einfach noch keine Zeit gehabt zum Trade, wenn ich ehrlich bin, von daher, ich bin bisher flat gewesen, kein Verlust, kein Gewinn, gar nicht auf Breakeven-Tag halt bisher letztendlich, ist aber auch nicht so schlimm, umso besser ist es jetzt, dass wir quasi abends zusammen vielleicht noch was handeln können, und dann wird sich halt quasi zeigen, ob mein Tag heute auch im Grün ist, wie bei den meisten von euch bisher, oder halt, ob ich dann am Ende doch einen Minustag haben sollte, was auch grundsätzlich nicht so schlimm wäre, schätze ich mal, aber mal gucken, werden wir gleich rausfinden, gestern lief ja richtig gut, von daher, ja, okay, bin ich heute erstmal entspannt insgesamt, wisst ihr, wie ich meine, von daher, okay, gut, wir gucken aber direkt auf den Markt drauf, würde ich mal sagen, das ist natürlich wichtig, wir müssen so eine kleine Vorbereitung machen, ich will euch mal ganz kurz den S&P-Tagesschart zeigen, grundsätzlich, muss ich auch gestehen, hat sich seit gestern quasi so gut wie nichts geändert letztendlich, ne, ich könnte quasi jetzt hier ein Video abspielen, weil ich euch schon quasi genau, da würde dieselben Sachen drin sind, die ich euch die letzten zwei, drei Wochen schon gesagt habe, ne, von wegen, okay, wir sind in diesem, ja, wir sind mittelfristig noch in diesem großen Aufwärtstrend drin, hatten wir ein bisschen längere Korrektur gehabt, okay, meinetwegen, aber haben quasi jetzt selbst diesen Abwärtstrend hier, sage ich mal, wieder nach oben hindurchsprochen, entsprechend passt das alles, langfristiger Trend aufwärts, mittelfristig auch, kurzfristig jetzt hier sowieso mit diesem krassen Schub nach oben sowieso letztendlich, ne, das alles, Kontinenz, Bullig, haben wir erstmal gecheckt, denke ich, soweit, ne, also auch, was schon seit zwei, drei Wochen halt immer noch gleich ist, ist, dass wir quasi genau hier oben in der Widerstandszone quasi drin hängen, hat sich halt auch leider, muss ich sagen, heute auch nicht wirklich geändert, wir sind ganz normal heute immer noch mitten in der Zone drin, was ein bisschen ärgerlich ist, ich dachte irgendwie, dass wir jetzt heute quasi vielleicht so jetzt hier diesen Bereich schaffen könnten langsam, aber wir haben es vielleicht auch schon im DAX gesehen und vormittag, ich weiß nicht, wer es nebenbei auf dem Handy beobachtet hat oder sowas, ne, aber DAX hat ja heute ein neues Allzeithoch gemacht, entsprechend, ja, der ist auf jeden Fall Bullig tatsächlich und von daher war, ja, weiß nicht, ob dann der US-Berg logisch krass korrigieren soll letztendlich, ne, aber auf jeden Fall im Großen und Ganzen ist ja diese Idee trotzdem weiter noch intakt und ist auch eigentlich immer noch so big picture, sondern ist mein Fahrplan A, okay, aber natürlich ist klar, okay, nur weil ich da jetzt diesen einen Fahrplan habe, kann es ja trotzdem auch anders kommen, das hatten wir ja auch schon gestern und die letzten drei Wochen auch jetzt mal aufs Neue besprochen, ne, genau hier dieses Ding von wegen, es muss nicht sein, dass wir wirklich diesen Rücksetzer haben, was ich halt, wie gesagt, stark vermute, kann auch wirklich sein, dass wir bloß hier oben, wie gesagt, zeitlich laufen und dann halt schon diesen Trend fortsetzen, vermutlich, ne, könnte natürlich sein, das ist auch eine Option, ich würde nicht wirklich darauf wetten, dass genau das passiert, wenn ich ehrlich bin, aber gut, man weiß das schon letztendlich, ne, für was ist so ein bisschen so im Grunde erst mal das Setting, was den S&P angeht, hat sich wirklich nicht viel verändert, es ist total langweiliger Handel, ich weiß nicht, weil jetzt auch die letzten drei Stunden vorm Rechner saß zum Beispiel und den Markt beobachtet hat, wir laufen seit drei, vier Stunden nur seitlich, geht mir auch ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen, aber gut, ist halt so letztendlich, ne, aber gut, wie gesagt, wir sind ja in dieser Widerstandszone drin, ich würde davon ausgehen, dass wir irgendwo noch weiterhin diese Abwärtstendenz insgesamt halt haben, dass wir die irgendwann sehen werden, auf jeden Fall, und entsprechend, wie kann ich das guterig abschätzen, ob wir vielleicht den Rücksatz haben werden oder halt eben nicht, ja klar, mithilfe von unserem Opening-Niveau letztendlich, ne, und von daher würde ich es auch wieder heute machen, wie es die letzten Tage auch gewesen ist, würde ich sagen, okay, solange wir über dem Opening-Niveau sind, im S&P und in der Nasdaq, bestenfalls auch Russell, auch wenn der die ganze Zeit unten drunter ist noch, ne, würde ich sagen, okay, gut, wir sind eher bullig, wenn wir über dem, äh, wenn wir unter dem Opening-Niveau sind, dann halt sind wir eher bärisch einfach bloß mit, wie gesagt, die Idee, wenn wir unter dem Opening-Niveau sind, könnte quasi dieser Verlauf lostreten, ne, wenn wir über dem Opening-Niveau sind, könnte quasi hier dieser Verlauf halt lostreten, relativ simpel letztendlich, ne, ich denke, das können wir alle so weit verstehen, Nasdaq hat sich jetzt auch nicht wirklich viel geändert zu gestern, auch hier, wir sind quasi oben noch in diesem Bereich drinnen, hier vielleicht noch einen minimalen Ticken bullig, einfach bloß, weil wir quasi hier wunderschön sehen, ich muss mal hier ein bisschen einzeichnen, bitte, anhand von dieser Zone, das ist quasi genau dieses große, aber das ist natürlich jetzt hier grün, weil es eine Unterstützung ist, logischerweise, ne, aber quasi genau jetzt hier dieser Bereich und dieses große Gap herum letztendlich, ne, das hat scheinbar erstmal super gehalten, wir haben quasi jetzt dieses Gap von oben angelaufen und finden daran sofort erstmal Unterstützung und das ist natürlich irgendwo ein bulliges Zeichen, dass wir erst gar nicht weiter in dieses Gap reinlaufen. Was wir machen können, wenn wir jetzt bloß mal so am Rand, denn das ist vielleicht nicht für heute relevant, weil da müssten wir gerade krass neue Tagestiegs und sowas machen, aber für die nächsten Handelstage, vielleicht für euch auch, ne, falls wir abends nicht zusammen gerade handeln und es kommt so ein Setting zustande, ne, und zwar, wenn wir hier dieses Tief unterschreiben, was wir gestern gemacht haben, das gestrige Tagestief, dann könnte es sehr, sehr wahrscheinlich sein, dass wir dann quasi hier so einen Verlauf sehen, dass wir quasi das Tief unterschreiben und dann sehr, sehr schnell hier ein Gap Close quasi schaffen, ne, quasi genau zu diesem Bereich oben, 15.480, 15.500, sage ich mal, als Rundermarke, ne, dass wir da dann schnell reinlaufen werden. Das auf jeden Fall deswegen im Hinterkopf behalten, okay, solange wir noch über diesem Tief sind, ist erstmal alles easy, sobald die drunter laufen, glaube ich, dass dieses große Gap hier, ist das drinnen letztendlich, ne, dass das dann quasi geschlossen wird und von daher, das bloß so am Rande erstmal, ist vielleicht was dann für die nächsten Tage oder so, weiß ich jetzt nicht so genau, ne, aber das werden wir sehen, für heute auf jeden Fall gilt erstmal, wir sind noch oben drüber, wir sind über ein Open-Niveau, das sehen wir daran, dass wir gerade jetzt hier eine grüne Kerze müssen haben, und da ist es auch alles so weit, so gut und von daher gibt es hier eigentlich auch viel weiter zu erzählen letztendlich, ne, aber wie gesagt, wir wurden auch hier, ich hatte es gesagt, an diesen Jahresrösen auch krass abgewiesen, aber ich würde sagen, Kunde sind es erstmal hier noch bullig, auch in der NASDAQ und mit diesem, und mit diesem Wissen quasi, was letztendlich grundsätzlich in den, auf den Tagesscharts abgeht, dass wir da eher bullig sind, können wir jetzt quasi in die Interstate-Charts gehen, ne, circa eben, okay, das ist jetzt hier auch so gesehen der Big-Cap-Tub gewesen, aber ist nicht so schlimm letztendlich, ne, können wir trotzdem reingucken, tun wir auch die Big-Caps irgendwie so eine bullige Bewegung irgendwie bestätigen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja, auf jeden Fall. Im Vorfahren, wir merken überall in den Big-Caps haben wir so eine Art wie Bullenflacken bisher gebildet in der Interstate, ne, wir gucken uns zum Beispiel mal Apple an, sieht wunderschön aus, heute hier fast 2% im Plus, und gegen die NASDAQ heute zum Beispiel bisher sich 0,2% oder sowas im Plus ist, ne, das heißt, deswegen, die Big-Caps hier, die zeigen deutliche, relative Stärke heute, ich denke, ich habe auch die Power noch jetzt auch in den Armen, vielleicht den Markt noch weiter hochzuziehen, auf jeden Fall, aber hier sehen jetzt diese wunderschönen Bullenflacken, ne, wir haben quasi vom Start aus den starken Aufwerten Puls gehabt, und dann diese Konsolidierung, jetzt hier bei Apple, in Form von so Dreieck, bei Apple wird auch wie so ein leicht abfallendes Dreieck, vielleicht bei Microsoft eher auch so ein symmetrisches Dreieck, kann ich mir hier oben ganz gut vorstellen, na gut, Tesla läuft irgendwie jetzt ein bisschen länger mal nach unten, ist aber jetzt nicht so schlimm, ne, aber quasi überall, wir sehen solche Art wie Bullenflackenformationen, Meta ist jetzt gerade noch an den Tagestiefs dran, ich denke mal, dass das vielleicht halten könnte, ich weiß nicht, ob es jetzt hier irgendwelche News gab, weil das quasi der eigentliche Big Cap, der krasse Minus heute irgendwie ist, was ein bisschen merkwürdig ist, muss ich sagen, ne, weil wie kann sein, dass quasi der Markt ist irgendwie, zum Beispiel in der Esser gesagt 0,2% im Plus, ne, die ganzen Big Caps sind irgendwie hier 1,8%, Apple 1,9% im Plus, Tesla jetzt bisher 1,2% im Plus und sowas, 1,4% und so, ne, so übelst krass, aber alles im Plus, und Meta ist 1% im Minus fast, hä, okay, das passt ja mit gar nichts zusammen, so richtig, wisst ihr, wie ich meine, das ist ein bisschen merkwürdig, aber auch hier würde ich sagen, solange wir jetzt über den Tagestiefs hier sind, also auch so ein bisschen für gestrige Verlaufstiefs ist vielleicht auch hier noch alles erst mal okay, dass wir vielleicht hier noch so einen kleinen Boden bilden könnten und nach oben einfach wegziehen können, wisst ihr, wie ich meine, von daher würde ich auch erstmal noch entspannt sehen, hätte ich jetzt kein Problem damit, aber grundsätzlich, wie gesagt, Big Caps sind erstmal noch bullig, wir können auch gleich mal in diesem Tab hier bleiben erstmal, ne, und dann gucken wir uns gleich mal auch hier die Initie selbst an, und dann merken wir jetzt schon eine interessante Sache, und zwar jetzt hier am S&P, warte mal, ne, warte ich ein, das passt ja gerade eben nicht ganz so zusammen, was ist das hier für eine Lücke, die Lücke ist auf jeden Fall nicht richtig, das ist ein Anzeigefehler hier scheinbar, genau, hier unten ist das Opening-Niveau nämlich, ne, warte mal ganz kurz, genau, dort unten ist das Opening-Niveau, okay, jetzt sag ich mal jetzt hier am S&P das Opening-Niveau jetzt hier mit der Linie markieren, zum Beispiel jetzt hier letztendlich, wir merken erstmal, okay, wir sind über dem Opening-Niveau drüber, für mich erstmal grundsätzlich bullig, aber wir merken auch, wir quasi hier den ganzen Tag innerlich schon an diesem EMA 200 rumpendeln, und wir pendeln ewig hier dran rum, aber vor allem, ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass wir jetzt uns so langsam jetzt hier nach oben drüber ziehen können, wisst ihr, wie ich das meinst, so von wegen, wir sind vorn schon drüber gelaufen, haben es quasi grob von oben angetestet vielleicht, das tue ich mir so ein bisschen zumindest einbilden, ist jetzt wieder drüber gelaufen, habe es gerade eben so ein bisschen wieder so ein bisschen angetestet, na, müssen wir mal gucken, auf jeden Fall, da mache ich mir gerade eben so ein bisschen Hoffnung, dass wir uns davon jetzt endlich lösen können, ansonsten wir sind jetzt quasi den ganzen Tag innerlich an diesem EMA 200, wir müssen einfach gucken, ob wir uns weglösen, bestenfalls, wie gesagt, bullig, was ich quasi erwarten würde, wäre dann vielleicht so ein Kursverlauf hier, würde ich jetzt hier so hochziehen, vielleicht sowas in diese Richtung, das wäre so eine Sache, die ich im Blick hätte, die generelle Tiefe wäre aber folgendes, und das ist jetzt so ein bisschen schwieriger, denke ich, auch umzusetzen, aber wir können es trotzdem probieren, so wenn wir jetzt hier zum Beispiel diese Tiefe jetzt hier unterschreiten, was würdest du denn da erwarten? Na, erstens, was ich erwarte, ist, dass wir uns erstmal von diesem EMA 200 dann doch nicht nach oben weglösen, sondern halt doch einen Ticken eher nach unten, das heißt, ich würde auf jeden Fall schon mal irgendwie jetzt hier so ein Ding erwarten, aber, na, warte mal, hier unten ist das Open-Niveau, hier ist ja irgendwie eine Art Unterstützung, wir sind Big Picture noch in diesem Aufwärtstrend, ich würde dann hier so einen weiteren Kursverlauf erwarten. Das wäre quasi diese zwei Alternative, die wir jetzt so handeln können, was vielleicht so eine kleine Vorbereitung insgesamt wäre, dass man sagt, okay, warte mal, vielleicht können wir hier diesen Bereich, je nachdem, was die Preisection sagt, aggressiv shorten, bis runter zum Open-Niveau und dann dort vielleicht wieder einen Long reinwechseln. Wäre zum Beispiel eine Idee, ne? Müssen wir mal gucken, was man machen will, so ein Short würde ich auch jetzt nicht mit voller Size, glaube ich, umsetzen, das ist einfach mir zu riskant letztendlich, weil, wie gesagt, wir sind insgesamt, ein bisschen weiter rauszoomen, in so einer Seitwärtsphase drin, was soll ich da jetzt krass voller Size nutzen, wenn ich quasi gegen den Big Picture-Trend handele, macht hier wirklich Sinn letztendlich, aber das würde ich vielleicht so etwas mit einer halben Size shorten und die Longs würde ich schon vielleicht mit einer vollen Size riskieren, einfach bloß letztendlich, weil ich da quasi diese Big Picture-Tendenz noch im Nacken einfach bloß habe letztendlich, die mich da einfach unterstützt insgesamt. Das ist quasi soweit dazu, ansonsten Nasdaq, na, mal gucken, natürlich über den Opening, wo hast du drüber, das ist schon mal ganz gut, da haben wir quasi das Opening, wo es quasi basically genau ist Tagesziel, das ist natürlich ein bulliges Zeichen, aber jetzt haben wir auch hier noch knapp unter dem E-Matz 200, das heißt auch hier wäre ein ganz geiles Signal für mich insgesamt, wenn wir jetzt hier irgendwie drüber laufen könnten, dass wir das halt dann longen können, einfach bloß, ne, analog zum S&P, ansonsten, wenn wir jetzt auch hier diese Verlaufstiefs unterschreiten sollten, ne, gut, da müssen wir halt überlegen, ob wir uns trauen, hier zum Beispiel auf so einen Short zu handeln, ne, vielleicht dann, dass wir folgendes machen, ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen mehr einzeichnen noch, dass es für jeden klar wird, wir sagen, okay gut, wir haben jetzt hier die Verlaufstiefs, ne, wenn wir das unterschreiten, können wir quasi zum Beispiel zu dem Bereich jetzt hier runterlaufen letztendlich, ne, dann wäre das vielleicht auch eine andere Idee, oder vielleicht halt persönlich auch wirklich hier das Opening-Niveau, wobei das ist echt noch verdammt weit weg, ich glaube nicht, dass wir nochmal heute zum Tagestief zurücklaufen sollten, auch, ne, wenn ich ehrlich bin, dass wir quasi dann vielleicht so einen Plan C, dass wir quasi dann hier, ähm, bis hier ganz runter sogar laufen würden, glaube ich auch, wie gesagt, eher nicht, ich glaube, wenn dann, dass wir bloß hier so eine kleine Produkte haben, hier runter zu tun, haben wir halt dann doch hier diese Range hier insgesamt halt noch weiter, ne, also ein bisschen die Ideen, die ich gerade eben zumindest habe, wir müssen mal gucken, wie es irgendwas anlaufen könnte, wie gesagt, Big Caps sind bullig, Big Picture bin ich grundsätzlich auch noch bullig, wie gesagt, mit dem Opening-Niveau, das tut ganz gerne als Filter nutzt, aber gerade eben für die nächsten 5, 6, 7, 8 Tage bullig, sind wir halt eher shortig erst mal, ne, und ja, ähm, ich würde aber jetzt auch folgendes mal machen, ich würde mich jetzt nicht irgendwie dazu, ähm, krass irgendwie mit Druck machen, dass man auf jeden Fall was handeln muss, weil es lohnt sich einfach bloß nicht, Hannes hat auch reingeschrieben, ach so, der hat bloß an den Host, ne, warte mal, der Ani Chian hat es von uns reingeschrieben, genau, dass auch am Freitag kommen die NFP-Daten, die Non-Farm-Payrolls, quasi US-Arbeitsmarkt-Daten, das kann man ja auch quasi vorstellen letztendlich, dass wir auch den Rest der Woche bis Freitag hin quasi noch ein bisschen rumeiern, erstmal letztendlich, ne, und von daher würde ich sagen, okay, wir bleiben entspannt, wir haben News-Revende am Wochen, also quasi am Ende der Woche letztendlich, ne, und weil wir quasi in dieser Seitwärtsphase sind, muss man sich echt, glaube ich, die Trades jetzt ganz gut überlegen, ob das geht, im DAX zwar zum Beispiel alles easy, ne, da ist ein krass starker Aufwärtstrend, neues Jahres hochgemacht, neues Allzeithoch gemacht, das ist eine ganz andere Kiste, sage ich mal, ne, aber was den West-Markt angeht, da ist ein bisschen tote Hose zuletzt, muss ich sagen, aber trotzdem, wir gucken mal, was wir einfach so finden können, was vielleicht gute Setups wären insgesamt letztendlich, ne, wie gesagt, ein paar hatte ich euch vorgestellt, die würde ich auch ganz gerne handeln wollen, ich tue mal auch, wo ist denn überhaupt mein S&P, schade, da kann ich euch den hierbei mit einblenden, genau, hier unten ist er, könnt ihr nicht drauf achten, ob wir quasi jetzt hier diesen Bereich direkt halten könnten, was wie gesagt, diese Idee halt wäre, oder halt, ob wir dann doch versuchen müsste, irgendwas zu shorten, nochmal bis hier den Verlauf zieht, wo auch wie gesagt, das Opening-Niveau mit dran ist letztendlich, ne, aber wie gesagt, die erste Tendenz ist erstmal, die ich habe, zumindest long, aufgrund von, wie gesagt, Big Caps und dieser Intraday-Geschichte, ne, dass wir vielleicht diese Level hier noch halten könnten, ich würde es mal aber so machen, weil wir quasi halt, wie gesagt, hier die letzten vier Stunden, ne, was haben wir denn hier gehabt, von uns finde, wann war das hier, das war 17.20, na gut, ich sage mal, fast dreieinhalb Stunden, sage ich mal, wir sind seit dreieinhalb Stunden dieser Seitwärts-Range insgesamt, ich tue mal folgendes ein Zeichen, ich tue mal die Range genau ein Zeichen, wir haben jetzt quasi hier das Range-Oberkante, die Range-Unterkante, und jetzt interessant für uns halt auch, wir haben jetzt hier auf diesem Level quasi so ein bisschen diese, grob, so grob die Range mit da auch, und das ist meistens ein ganz gutes Level, wo man vielleicht eine Kette dran haben kann, ich würde mal folgendes machen, so sagen wir halt, wie gesagt, links halt ganz wichtig, weil es halt diese Range ist, plus halbe Size ist, da kann ich auch, brauche ich mir auch keine Gedanken machen, wegen Teilformat zur Blossregel, okay, und ich würde mal sagen, wir sind jetzt gerade schön tief, ich würde auch direkt meine Hälfte hier mal reinschmeißen, warum eigentlich nicht, letztendlich, ich denke, das ist ganz gut, S&P ist ja auch noch über den Tiefs, erst mal drüber, jetzt würde ich erst mal kurz laufen lassen, erst mal gucken, okay, ich finde, der Markt jetzt hier wirklich so ein bisschen, wie ich es erwarten würde, halt Kaufkraft in diesem Bereich wieder, kann hochziehen, wenn ja, lasst uns ausbauen, wenn nein, lasst uns einen kleinen Verlust realisieren, okay, das war so ein bisschen der Fahrplan, und ansonsten, das Beste, wie gesagt, wäre halt, wenn man hier eine große Bewegung doch nach oben kriegt, in Richtung, wir brechen aus aus dieser Range, wir machen sonst was vielleicht, das ist dann alles erst mal nach oben hin offen, denke ich, er sagt, das ist dann wieder die Art von wegen Trendfolge, Big Picture, aber gucken, ob das überhaupt das anlaufen kann, und ansonsten, wenn wir jetzt hier drunter brechen, wenn wir uns hier unten irgendwo festhalten, und sagen, Short beenden, und gucken, dass wir vielleicht hier einen kleinen Rebound, vielleicht an diese Zone von unten ran zum Beispiel, dass man das dann quasi longen kann, äh, Shorten kann zum Beispiel, wäre dann diese andere Art, die ich im Blick einfach bloß hätte, mal gucken, ob das jetzt hier anlaufen kann, gerade eben sieht es zumindest ganz gut aus, wir scheinen uns hier irgendwie direkt schon mal halten zu können, das ist ganz gut, aber, ja, je nachdem, wie es läuft, ich kann dem Ding jetzt auch 10 Minuten erstmal geben, und erst dann würde ich sagen, ja, tote Hose, oder mal gucken, wir werden es jetzt laufen lassen, denke ich, ich denke, das ist jetzt kein, nichts verkehrtes erstmal, damit fühle ich mich auf jeden Fall wohl, denke ich, genau. Krass handelt es heute auch 1,7%, vorne, ein Profit, krass heute, ein Trade heute Morgen im Gold Short von 2930 bis 2011 runter, einfach laufen gelassen bis 16 Uhr, okay, das ist jetzt richtig stark, gucken wir mal erst mal in den Markt rein, wir hatten ja gestern hier, bis jetzt so ein bisschen übers Wochenende, gestern hatten wir diesen krassen Spike hier nach oben letztendlich gehabt, wo wir quasi im Gold neue Allzeithochs gemacht haben, dann heute hast du quasi hier vielleicht diesen Rebound irgendwo geschordert, heute früh, so wie es aussieht, weiß ich, hier dann irgendwas, dieses Hoch, schätze ich mal, 2030, ja, scheint irgendwie 8 Uhr, ne, 9 Uhr der Einstieg gewesen zu sein, nicht schlecht, und dann hier schön sind runtergeritten, geiles Ding, auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, Trade hier im Hintergrund läuft auch ein bisschen an, zumindest, wir dürfen es jetzt nicht überbewerten, wenn ich ehrlich bin, einfach bloß, erstens ist es eine halbe Seis, und zweitens ist es bloß Buchgewinne, von daher ist es total schnuppe, aber genau, mal gucken, wenn wir jetzt hier schön anlaufen könnten, wir vielleicht das Hoch überschreiten, können irgendwas in diesen Bereich reinlaufen, vielleicht jetzt hier, dass ich vielleicht so 15 Punkte vorne bin, und wir dann zurücksetzen, vielleicht so um 7, 8 Punkte, vielleicht zurücksetzen, dann würde ich quasi die Position ausbauen. Okay, das auch bloß so jetzt zum weiteren Fahrplan, wenn wir jetzt in einer Tour durchziehen sollten, würde ich sagen, ich tue irgendwann einfach den Stoppers auf Break-Even ziehen, und mal gucken, was noch geht nach oben hin, wenn ich dann merken soll, dass wir jetzt hier oben krass Abweisungen finden, würde ich halt den Trade beenden, wenn ich merke, okay, hier ist vielleicht doch mehr drin, könnte man vielleicht dann einfach noch durchhalten, letztendlich für noch mehr, und hoffe, dass man nicht Break-Even rausfliegt, zum Beispiel, wenn man dann irgendwann 40 Punkte, oder sowas vorne sein könnte, zum Beispiel, das werden wir dann sehen, jetzt muss ich erstmal der Markt ein bisschen weiter beweisen, aber ich denke, es ist halt okay, einfach laufen lassen, das ist, denke ich, das Cleverste erstmal, genau, ja genau das, genau, das krass ist hoch, dann vor uns geschossen, quasi nicht schlecht. Ich muss mich auch mal wieder, glaube ich, ein bisschen mehr an Gold auch einarbeiten, ich schluss in den Bayern manchmal ein bisschen beobachten, so auf Stundenchart-Basis, manchmal gucke ich nur die Tagescharts mit an, ich glaube, da ist schon ganz schön Volatilität drin, müsste ich vielleicht auch mal gucken, dass ich da ein bisschen mehr handeln kann und vielleicht da mir irgendeine coole Strategie mal ausdenkt, die mal backteste, was da vielleicht gehen könnte und sowas, würde mich auch interessieren, mal schauen, so ein bisschen den Strategie-Werkzeugkasten noch auch mal auf andere Assets erweitern, als bloß DAX und ASDAQ und halt ein bisschen S&P logischerweise noch dazu, wäre auch auf jeden Fall cool. Mehrwärts. Na gut, sieben Punkte, wenn ich vorne jetzt gerade eben entspannt, entspanntes Trading, denke ich, haben wir auf jeden Fall schon die Tiefs getroffen direkt, das passt. Ansonsten wird heute nicht allzu viel erwarten, wie gesagt, wir haben heute einen sehr ruhigen Handel, auch gestern einen ruhigen Handel, mal gucken, was da Markt uns heute gibt letztendlich. Ne? Okay, das sieht sehr gut aus, zwölf Punkte vorne. Ich sage, wenn wir so bei 15 Punkten ungefähr sind und dann Rücksetzer kriegen, kann man das schön, denke ich, zum Ausbau nutzen, weil es quasi jetzt hier diese, dass wir so 15, vielleicht auch sogar 20 Punkte erst anlaufen, ist für mich quasi dann das Signal, okay, der Markt gibt mir erstmal recht für meine Idee, entsprechend weiß ich, okay, Rücksetzer kann ich quasi noch mehr ausbauen, weil ich scheinbar recht habe, entsprechend kann ich dann auch ein bisschen gierig sein und sagen, okay, Markt, wenn du mir recht gibst, dann gib mir auch richtig Kohle dafür, im Gegenzug, logischerweise. Es geht natürlich mit einem her und von daher, das war dann so ein bisschen die Idee dahinter, dass ich sage, okay, wir bauen im Gewinn letztendlich aus oder ich zumindest, was ihr macht, ist dann eure Sache, ich sage auch klar, genau. Ja, jetzt heißt es einfach abwarten, denke ich, ich weiß nicht, weil wir nebenbei ein bisschen, ich weiß nicht, Seminar oder sowas machen, über irgendein Charttechnik-Thema, wenn ihr Lust drauf habt, ich weiß nicht, wie lange es zum Trader geht, wenn ich ehrlich bin und ich wüsste auch nicht, was ich euch sonst erzählen kann, mein Tag war, indem ich zum Beispiel übelst langweilig, bloß Vorlesungen gehabt halt, das gilt als Fall der Grund, warum ich heute keine Zeit zum Handeln hatte, waren quasi von 8 Uhr durchweg halt Vorlesungen bis 17.30 Uhr oder sowas, konnte ich jetzt nicht wirklich viel machen, ein bisschen nervig und naja, was soll's, dann halt vor uns noch Mentoring gehabt und jetzt bin ich quasi hier, dann, ich muss natürlich noch irgendwas mal essen noch, wisst ihr, und ja, was studierst du eigentlich? Ich studiere BWL, genau, so ein bisschen das kleine Sidequest, weißt du, ja, okay, jetzt 14 Halbpunkte habe ich hier gerade gesehen, vorne jetzt genau 50 Punkte vorne, okay, nice, klar, also der Markt gibt uns recht erstmal für unsere Idee, das ist ganz gut und mal gucken, was ich jetzt erwarten würde ist, ich sage mal, die Kerze jetzt hier, das sieht schon mal relativ stark aus, auf den ersten Blick, denke ich, wenn wir jetzt vielleicht so irgendwann den Rücksetzer sehen mit so schönen Lunden unten dran, so zwei, drei Kerzen mit Lunden unten dran, würde ich sagen, man kann das Ding ausbauen, die zweite Hälfte quasi reinschmeißen und dann hofft, dass der Markt quasi unsere Idee auch weiter schätzt, aber ansonsten, gerade eben 16 Punkte vorne, 193 Euro, na sehr gut, das sieht gut aus, das gefällt mir erstmal, erstmal laufen lassen, mal schauen, was noch geht, ne, okay, jetzt 18 Punkte sogar, okay, nice. Sollten wir jetzt in einer Tour komplett hier hochziehen, wir jetzt hier oben vielleicht mal eine Hälfte von der, von der Hälfte die Hälfte trotzdem rausnehmen, einfach bloß, weil ich glaube, dass hier oben dann doch ein großer Rücksetzer nochmal kommen könnte, wisst ihr, wenn es so ein bisschen wie overextended aussieht, dass ich die Stärke ein bisschen rausnehme und den anderen, den Rest einfach bloß laufen lasse, ne, dann gucken wir mal vielleicht, wie er die Hälfte sich zurückkaufen kann und noch mehr da, mal gucken wir es dann, wie wir da weiter vorgehen können, okay, jetzt 20 Punkte vorne, sehr nice, hätte ich jetzt eine volle Size, würde man auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich hier stoppen, mindestens mal auf Break-Even ziehen, vielleicht sogar jetzt hier in diesem Bereich, weil ich merke langsam, wir kommen jetzt hier im S&P, gleich an diese Verlaufslos wieder ran, letztendlich, das heißt, würde Sinn machen, vielleicht hätte ich die volle Size gehabt, ne, zu sagen, okay, man tut jetzt hier eine Hälfte rausnehmen, 20 Punkte sichern, 20 Punkte einfach Break-Even absichern und dann ist das erstmal auch geil, jetzt habe ich allerdings bloß die Hälfte drin, deswegen lasse ich es einfach laufen, mal gucken, was noch weiter geht, erstmal, ne, aber ich sage, hätte man eine volle Size drin, weil jetzt hier vielleicht so eine halbe Size raus, aber auf jeden Fall clever, mit 22 Punkte sogar vorne, okay, sehr cool, ja, bloß so am Rande, falls jemand mit drin ist, ne, ja, ja, hallo Daniel, ja, grüß dich, mein, mein, ja, ich muss sagen, also BWA-Studium macht auch bisher Spaß, tatsächlich, Cihan ist auch ganz cool, ich sage mal, viele Sachen kenne ich sowieso schon durch die ganze Börsengeschichte, sage ich mal, das hilft mir in einigen Modulen schon sehr viel und ja, ist schon ganz geil eigentlich, studierst du noch irgendwas, Cihan, weil du schreibst, oder was haben wir alles noch für Studenten, für Studenten noch drin, hab gehört, das ist ein Studiengang, den sehr viele Leute belegen, ja, ja, ähm, also, ich weiß auch nicht, es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ist das so ein direkten Meme oder sowas, ich weiß nicht, von wegen, wenn man nicht weiß, was man studieren soll, macht man halt BWL, glaube ich, ne, und ich muss sagen, bei uns im Studiengang, da kommt es manchmal schon echt zu fast, wenn da halt ein paar Leute drin sind, die wussten halt echt bloß nicht, was sie studieren sollen, ne, und deswegen machen sie halt mal BWL, ähm, ja, aber ansonsten, es gibt halt ein paar, die sich halt auch wirklich dafür interessieren, ne, letztendlich, und, ja, das merkt man dann, glaube ich, auch schon im Studiengang selber halt, dass da, ja, ähm, wer vielleicht mal was macht, vor allem auch in der Prüfungstase, und wer halt das eher so von wegen vier Gewinn macht, ne, und das ist schon interessant. Okay, 23 Punkte vor, nice. Hier sieht es gerade auch ein bisschen nach Rücksetzer aus, ne, warum sage ich das? Wir tun mal Preisexion zusammenlesen, wie gesagt, hier irgendwas, vielleicht Teilgewinn wäre auch sinnvoll, weil wir gucken uns mal die Kerzenkörper an, wir merken, der Kerzenkörper wird immer kleiner und kleiner, ne, das heißt hier, das Momentum nach oben geht gerade raus, wenn du mir jetzt die Kerze noch so, so ein bisschen oben, ne, ein Dochtrand bilden würde, sieht das hier so nach einem Rücksetzer zumindest sehr, sehr stark danach erstmal aus, wisst ihr, wie ich meine? Mal gucken, was jetzt wirklich so kommt, wenn jetzt die Kerze natürlich stark grün ist, dann ist die Idee auch erstmal weg, und das könnt ihr sofort noch weiter durchziehen, tatsächlich, ne, wäre auch nicht verkehrt. Ja, gut, mal schauen, aber das sieht wieder der Kerze aus, als können wir jetzt gerade von hier aus Rücksetzer machen, und ihr wisst, wie gesagt, den will ich dann nutzen, um noch mehr reinzuschmeißen, noch mehr zu longern, weil wir gucken jetzt mal ganz kurz hier oben auf den anderen S&P-Chat drauf, wir haben jetzt zwei Effekte gerade eben geschaffen, und erstens, wir haben ein schönes Profit-Polver, äh, Profit, wie heißt's, ähm, Polster, genau, das ist erstmal ganz angenehm, ne, aber vor allem jetzt hier der S&P ist zum Glück jetzt wirklich über den EMA 200 drüber gelaufen, genau quasi hier, wie unser Fahrplan das so ein bisschen auch ansagt, okay, das ist schon mal positiv, die andere Sache, die ich jetzt auch jetzt sehe, ist natürlich der, ähm, die NASDAQ, die läuft jetzt auch gerade über den EMA 200 so leicht drüber, und hoffentlich, quasi, ne, so dumm es auch immer klingt, aber hoffentlich können wir uns auch jetzt hier gleich direkt oben drüber behaupten, vielleicht mit nur noch weiteren grünen Kerzen, ne, das war ganz gut, dass wir gleich Anschlusskäufe noch finden, da wüssten wir nicht, dass dieser Ausbruch auf jeden Fall auch hier ernst gemeint ist, wisst ihr, wie ich meine? einfach da sieht es erstmal ganz gut aus, denke ich, passt zu weit, erstmal laufen lassen, es war 64 Euro gerade vorne, okay, auch nicht schlecht, aber wie gesagt, ist ja auch bloß Buchgewinn, das bringt eigentlich im Endeffekt auch jetzt gerade null, ne, aber, was soll's, ist ja auch bloß, okay, 26 Punkte vorne jetzt, okay, na gut, ich hab ja bisher noch nicht ausgebaut, aber na gut, wie gesagt, wenn ich jetzt hier wirklich gleich oben bin, mit 40 Punkten Profit, würde ich trotzdem ein bisschen was rausnehmen, ne, weil es kann ja kein Rücksetzer, das ist ein bisschen zu over-extended, das ist dann ähnlich wie die Bewegung vorne, ne, und so eine over-extended Bewegung in den Widerstand hinein, schmeckt sehr nach Rücksetzer, wisst ihr, wie ich meine, deswegen darf ich auf jeden Fall was rausnehmen, und ansonsten, auch, weil, wie gesagt, ist Widerstand, auch der S&P ist dann hier wieder an diesem Widerstand dran, ne, ich denke, das ist schon okay, hier jetzt 28 Punkte, 29 Punkte vorne, 30 sogar, krass, ich hätte nicht gedacht, dass jetzt doch so viel nochmal geht, okay, nice, möchte ich aber folgendes machen, und zwar, ich würde dann von den 12,5 Lots, würde ich aber jetzt gleich hier mal 7 Lots zumindest rausnehmen, so, ja, ich weiß nicht, ob es ein bisschen zu viel ist, man könnte vielleicht auch bloß 6 oder 5 Lots rausnehmen, würde, denke ich, beides auch so nachgeben, ich würde es mal sagen, jetzt hier gleich, wie gesagt, dass ich Detailgewinn halt mit C letztendlich, weil, wie gesagt, hier oben in den 1 C sowieso drin sind, okay, jetzt kam noch ein kleiner Push nach oben, jetzt bin ich mit 34 Punkte, 35, 36, 37, okay, noch ein bisschen mehr, okay, jetzt sind wir genau oben dran, ein bisschen, jetzt sieht es ein bisschen overextended aus, entsprechend würde man sagen, jetzt 38 Punkte mitgenommen, okay, mit 7 Lots erstmal, das ist sehr gut, und die anderen, was habe ich noch drin, 5,5 Lots, wie ich euch sagen, erstmal laufen lassen, eine kleine Sicherheitsvorkaufung will ich trotzdem noch machen, und zwar, ich möchte ganz gerne den, ähm, ändern, hier, ich möchte quasi hier den Stop Loss auf Break-Even erstmal setzen, jetzt hier unten, 15.838, setze ich mal quasi rein, jetzt hier als Stop Loss, ist quasi jetzt hier, wenn ihr doch alles wieder abgeben sollten, fliegt halt der Rest Break-Even raus, ist relativ mir gleich erstmal, ne, deswegen ist ja quasi der Teilgewinn da, genau, ähm, genau, okay, was kannst du empfehlen, wenn jemand immer zu früh aus den Trades rausgeht, obwohl er schön in den Profit gelaufen wäre, genau, Teilgewinn rausnehmen und den Rest weiterlaufen lassen, so versuche ich es zumindest hier, genau, ich schreibe Gregor rein, also das ist auf jeden Fall eine gute Idee, das mache ich ja quasi auch letztendlich hier so, also das ist ja das, was ich mit euch jeden Abend gefühlt immer mache, von wegen, wenn, ich tue mir irgendwelche Ziele schon irgendwo setzen, letztendlich, aber ich gehe meistens nicht mit der vollen Size raus, meistens würde ich wirklich auch bloß eine Hälfte rausnehmen, oder drei Viertel vielleicht, wenn ich ein bisschen gieriger bin, und je nachdem, wie es aussieht, den Rest durch auch laufen lassen, so nehmen wir auch eben wieder hier, bestes Beispiel letztendlich, ich könnte natürlich sagen, hey, Widerstand und irgendwas letztendlich, und ich gehe sofort raus, auch S&P jetzt hier haben Widerstand, kann ich auch alles rausnehmen, aber es lohnt sich unter dem Strich erstmal, nimm bloß ein Teil raus, okay, da hast du quasi ein bisschen Gewinn mitgenommen, was habe ich jetzt hier genommen, 250,80 Euro zum Beispiel, deswegen, ich bin jetzt erstmal happy, ich habe meinen Teil jetzt erstmal verdient, und jetzt quasi mit dem Rest von diesem 5,5 Lot, die habe ich vielleicht schon mental jetzt erstmal abgeschrieben, die können auch 0 Euro wieder rauswerden, das ist auch für mich erstmal in Ordnung, aber ich kann quasi jetzt so ein bisschen auch anderen, die einfach bloß so diese Sache mit dem Gewinne laufen lassen, einfach bloß weiter, ich tue jetzt nicht irgendeinen Rechner ausmachen, gehe einfach bloß weg zum Beispiel, sondern ich tue quasi mir weiterhin das angucken, wie genau läuft jetzt, dann macht trotzdem weiter, dass man das auch quasi irgendwo fühlt letztendlich, wie fühlt es sich an, wenn der Kurs so und so plötzlich läuft letztendlich, das ist einfach bloß eine reine Übungssache auch, und das ist immer so ein Punkt, wo ich sage, wie es den Gewinne laufen lassen, das ist immer so eine Sache, wo ich sage, man braucht diese gewisse Coolness, weißt du, wie ich meine, das muss ein bisschen cool sein, einfach, okay, hey, ja, am Ende ist es ja auch bloß jetzt irgendwelche Zahlen auf dem Monitor, so etwa, weißt du, wie ich meine, gut, wir wissen in Wirklichkeit, dass das doch irgendwie auch real Geld ist und sowas, aber, ich sage, es sind bloß irgendwelche verrückten Zahlen auf dem Monitor drauf, weißt du, wie ich meine, so überspitzt gesagt, und damit einhergehend einfach zu sagen, okay, man kann so cool einfach bleiben erstmal, lass es laufen, das passt schon, lange du im Grün bist, einfach laufen lassen, so gut es geht, und eine andere Sache ist, falls du das, wenn du dir das antrainieren willst, und jetzt folgendes, wenn du jetzt an diesem Punkt bist, okay, du hast dein Setup gefunden irgendwie, du weißt, wie du insgesamt handeln möchtest, trotzdem hältst du dich an diesem Tradingplan, weil du immer zu früh rausgehst mit deiner Position nach folgendes, du kannst erstmal diesen Handel, wie du bisher hast gerade eben, du setzt irgendwo deinen Stop los, du setzt deinen Take Profit und gehst irgendwo zu früh raus, kannst du vielleicht auch erst bei meinen Wegen noch ein bisschen weiter beibehalten, ist erstmal okay, mache dir aber selber bloß einen, eingefallen, oder mach uns jetzt einen Gefallen, okay, wenn dieser, wenn dieser, dieser Moment kommt, wo du sagst, okay, jetzt will ich meine Position lieber schon frühzeitig beenden, dann kannst du die Position schließen, aber du tust, wenn du zum Beispiel jetzt so mit 1 Euro pro Punkt im Markt drin bist, ich weiß nicht genau, wie du handelst letztendlich, was du für Positionskurs und sowas hast, aber dann tue halt ein Zehntel der Position einfach noch übrig lassen, das Einzehntel, das tut eh, dich weder reich machen, noch macht dich das arm, noch, das macht gar nichts an dem Depot letztendlich, weißt du, wie ich meine, es ist total egal, das eine Zehntel, was noch übrig bleibt, aber dann von dem Einzehntel kannst du quasi anfangen, mit ganz, ganz wenig, ohne, das ist ja quasi voll risikofrei, so ein Ding, letztendlich eine Einzehntel Positionsgröße, das macht, einen Scheißtrek auf Deutsch gesagt aus, weißt du, wie ich meine, aber mit einem Einzehntel Positionsgröße, dazu du quasi dir antrainierst, dass du es ein bisschen laufen lassen kannst, und irgendwann, wenn das ganz gut klappt, kannst du quasi merken, kannst du irgendwann vielleicht mal ein Drittel der Positionsgröße auch weiterlaufen lassen, oder irgendwann vielleicht die Hälfte weiterlaufen lassen, oder vielleicht irgendwann lässt du die ganze Position laufen, weißt du, wie ich meine, deswegen, du hast mal so weiter handeln, ist okay, und wenn dann der Moment kommt, okay, jetzt will ich was rausnehmen, jetzt will ich meine Position lieber beenden, ich habe Angst, dass es vielleicht wieder gegen mich läuft, tu neun, Zehntel Positions raus, nimm 90% raus, die anderen 10% mal drinnen lassen, einfach bloß, und vielleicht den Rest of Break-Event setzen an Stop-Loss, dass du wirklich halt kein Risiko mehr trägst, weil was halt Break-Event mit einer 10-Position ist quasi auch ein 0-Euro-Gewinn oder Verlust letztendlich, okay, und das machst du, ich glaube, mach das mal 2-3 Wochen, das ist eine Mini-Position, das ist wirklich ein Mikro, das ändert nichts an deinem Depot, aber lass das mal ein bisschen laufen, dass du das emotional so hinkriegst, von wegen, diese coolen ist, was ich gerade meinte, aufzubauen, okay, dann machst du einen großen Schritt vorwärts, in sehr kurzer Zeit, das sollte eigentlich klappen dann, genau, ich habe das heute versucht, einfach die Leiste, wo der Gewinn steht, auszublenden, hilft super, wenn man sieht, wie das Geld weniger wird, weil eine rote Kerze kommt, dann geht man aus Angst raus, so schaut man auf die Punkte und wenn Airbrake eben rausfliegt, ist es halt so, das ist auch so ein Ding, genau, zum Beispiel bei XEB und bei Metatrader, ich habe einem überall eingestellt, dass es mir keine Euro-Direktanzeige, sondern halt über bloß die Punkte gewinnen, also wenn ich jetzt hier bei mir drüben hingucke, mir zeigt es an, dass ich jetzt zum Beispiel gerade eben 34,9 Punkte im Gewinn bin, das zeigt es mir an und dann halt unten drunter ist noch so eine andere Zeit, da zeige ich mir zwar dann trotzdem den Gewinn an, aber gut, das kann ich jetzt nicht ausblenden, weil da steht auch daneben der Kontostand und sowas alles, aber dazu, mir zeigt es mir immer bloß die Punkte an letztendlich, also das Geld ist für mich immer so ein bisschen zweitrangig, Hauptsache immer die Punkte hauen hin, weißt du? genau, das habe ich auch so gemacht, wie du sagst, sehr gut, genau, okay, danke euch, versuche ich mal umzusetzen, will mich gegen Verluste schützen, aber das gehört dazu, das ist mir selber bewusst, also Verluste zu haben, meine ich, das stimmt auf jeden Fall, genau, allein wenn du das schon gecheckt hast, erst mal, ist das schon mal die halbe Miete, dass du weißt, okay, Verluste gehören halt dazu, sind halt nicht, kannst du halt nicht einfach wegsetzen letztendlich, müssen auch mal gemacht werden, ist auch jetzt nicht so schlimm letztendlich, merkst du, du guckst mir jetzt auch schon länger mal abends zu, du merkst es auch, ich habe auch manchmal Verluste, Trades und Hustekuchen, einfach Trades hier beibehalten, wenn man weiß, dass der funktioniert, danach machst du halt wieder Gewinne, das ist total entspannt eigentlich, du musst halt bloß diese Kuhlinie halt haben, und dieses Vertrauen in sich halt selbst dann irgendwo, aber sonst nüsse ich ja kein Problem. So, Wifa ist ja gut, wir sind jetzt hier oben an der Range dran, wir werden, wie gesagt, wir haben es vor uns erwartet, deswegen haben wir hier oben auch diesen einen Exit gesucht, dass wir quasi jetzt hier so ein bisschen rücksetzen können, das vielleicht dran konsolidieren auch wieder, von daher ist es erstmal total entspannt. Was auf Wifa ganz gut ist, jetzt will ich mal die anderen Shuttleber zeigen, vom Trader Fox ganz kurz, wir sind jetzt wie gesagt hier, sowohl natürlich im S&P über den EMA 200 drüber, das war allerdings vor uns schuld letztendlich, aber auch vor allem, wir sind jetzt hier, in der Nässe haben wir uns scheinbar erst drüber behauptet, wir haben jetzt so eine weitere Kaufkerze noch gehabt, die wir uns ein bisschen gewünscht haben, wir haben also echt alles, wie gesagt, perfekt nach Plan bisher erst mal, wir würden jetzt quasi hier auch so eine Art wie kleinen Rücksichts hier noch vielleicht erwarten, vielleicht nochmal ganz kurz so drunter dippen, mit einer Hammerkerze wäre auch okay, und dann heißt es eigentlich nach oben Durchbruch bestenfalls. Mal schauen, ob es wirklich so jetzt wird, das wäre jetzt so der aktuelle Fahrplan, der jetzt implikant ist, dass wir vielleicht sowas jetzt hier sehen, okay? Genau, S&P haben wir sowieso vor uns schon, das ist quasi genauso wie wir es eingezeichnet haben, diesen Schub nach oben haben wir jetzt gehabt, jetzt Rücksetzer, und dann vielleicht einfach am Puls einfach, mal schauen, sollte denke ich aber aufgehen insgesamt. Genau. Wo stellt man das bei Metatrader ein, dass man die Punkte anstelle des Betrags angezeigt bekommt? Wenn du eine Position offen hast, da kannst du unten auf die Position Rechtsklick machen, und dann gibt es dort so ein Dingens, das heißt, da kannst du quasi oben so Positionen schließen, ändern oder löschen, hast du alles drinne stehen, da hast du irgendwann so Gewinn, und dann kannst du quasi da auch so einen Pfeil nach rechts klicken, da hast du dann die Wahl zwischen Punkt, und was steht da da? Warte mal. Steht dann da als Geld oder halt als Punkte? Ich kann auch mal ein Screenshot machen und ein Telegram hier reinschicken, wenn du willst. Wie ging das hier? So, hier. Ne, mein Sipping-Tool geht gerade nicht. Okay, doch nicht. Aber auf jeden Fall, wenn du eine offene Position hast, Rechtsklick drauf machen, dann kannst du bei Gewinn auswählen, wie es dir das anzeigt. Wenn du keine auf der Position hast, geht es, glaube ich, nicht zum Umstellen. Das geht dann erst, wenn du wieder was offen hast. Ja, okay, cool. Danke schön, wenn ich einfach war. Ja, genau. Oder bist du in unserer Telegram-Gruppe? Da kann ich dir auch noch mal ein Bild schicken, wenn du es nicht findest, dann notfalls, ne? Das ist auch kein Problem. Genau. Ah ja, ich finde, Chris, du bist in unserer Telegram-Gruppe drin, soweit ich weiß. Genau, Hannes. Genau, deswegen nur traden mit Geld, was man bereit ist zu verlieren. Ich versuche mir anzugewinnen, das locker zu betrachten und nicht zu verbissen, wie der Anfangsgedanke mit, damit kann man schnell reich werden, der ist aber ganz schnell verpufft. Ist echt so, also, ja, das mit dem schnell reich werden, ist halt auch nicht so der Fall. Das braucht trotzdem halt ein paar Jährchen, im Normalfall. Es gibt natürlich immer so ein paar, Paul, da gibt es immer, die wahrscheinlich doch in Kurzzeit sehr krass viel machen, ne? Das stimmt auf jeden Fall, aber das meiste ist echt ein bisschen, also, ich glaube, wenn du zehn Jahre in der Börse aktiv handelst, dann bist du wahrscheinlich schon reich, aber halt brauchst du erst mal zehn Jahre dafür, ne? Manche denken, dass es in einem Jahr halt geht und das ist halt nicht der Fall. Okay, ich studiere gerade, ob ich diese Rücksatz nutzen soll, um quasi meine 700 wieder zurückzukaufen, wenn ich ehrlich bin. Weil es ist ein bisschen jetzt der Bereich, was wir, also ein bisschen so die Ideengrundlage, zumindest die wir jetzt hier gerade eben gehabt haben, dass wir nochmal hier drunter dippen. Ich habe eigentlich geglaubt, dass wir nochmal kurz unter den EMA drunter dippen und dann vielleicht eine Hammerkerze bilden, das wäre dann noch ein besseres Signal. Wenn wir jetzt hier oben so starke Kaufkraft haben sollten, dass wir uns hier oben sogar halten, musst du halt vielleicht auch gucken, dass du jetzt hier so einen relativ hohen Kurs noch kaufst, bist du? Aber ich kann eben nicht, also... Hm... Vielen Dank. Dann könnte ich es schon wieder eh hochgezogen, okay. Auf jeden Fall sehen wir hier drinnen, dass die Kaufkraft da ist. Das ist natürlich ganz gut für unsere Position, logischerweise. S&P macht es auch erstmal mit in Form von, wir hatten vorhin diesen starken Anstieg an diese Verlaufshoße, haben wir hier sogar schon so minimal ein höheres Hoch wieder gemacht gehabt letztendlich. Das will wir auch erstmal oben konsolidieren. Das heißt, hier gibt es vielleicht ein paar Verkäufer, okay meinetwegen, ja, aber die haben nicht genug Kraft, um irgendwie gefährlich zu werden. Sondern wir können es hier oben stabil halten. Ich denke, das wäre eine bullige Grundtendenz, Leute. Entsprechend würde ich entspannt bleiben, einfach weiterhalten, was das Zeug hält, oder? Einfach weitergehen. Das ist schon. Ja, krasser Trade auf jeden Fall erstmal, sieht schön aus. Okay, worüber wir fatschen? Ich weiß gar nicht, was ich euch erzählen soll. Ich würde sagen, wir müssen die Trade so laufen lassen eigentlich. Keine Ahnung. Naja, was soll es, wir lassen uns erstmal so laufen, ne? Wir gucken uns einfach bloß mal an. Jetzt kommt vielleicht, okay, jetzt muss es sein, wir gucken mal, ob jetzt hier der Breakout gleich nach oben kommt. Ist ja ganz cool. Wenn es halt so ist, wie gesagt, ich habe jetzt leider doch nicht hier unten ausgebaut, das wäre halt schon cool gewesen, ne? Jetzt hat es halt nicht ganz so geklappt. Plan, na, das ist eigentlich auch total affisch. Oder wenn ich jetzt sagen würde, von wegen, wenn wir jetzt hier ausbrechen und den Retest hier machen, dass ich dann meine 7-Lot zurückkaufe, wäre irgendwie total dämlich, oder? Weil ich würde ja quasi auf dem selben Kurs, wie ich vor uns in Excel gefunden habe, quasi den neuen Entry suchen. Naja, das jetzt, das fühlt sich irgendwie auch doof an, wenn ich ehrlich bin. Das würde ich vielleicht nicht machen. Okay, alter, krasse Kerze. Alter, what the fuck? Die Sack hat so schon grün aus, oder? Und jetzt dann so auf den Sack, okay. Krass, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, wie bist du denn damals gekommen zu traden? Ja, gute Sache erst mal, Hannes, eine gute Frage. Das war halt so, ich hatte überlegt, wie kann ich halt Geld verdienen? Und aber halt vor allem, wie kann ich, also das ist ja nicht das Problem, Geld zu verdienen, ne? Aber die Sache war halt, wie kann ich Geld verdienen halt von zu Hause aus, ne? Ich habe einen Vater, der hat eine Schmiede hier bei mir in der Stadt. Und deswegen so handwerkliches Zeug und so, das kannte ich halt dann alles, weil ich halt bei denen mit aufgewachsen bin. Ich habe im Sommer bei denen mitgearbeitet und sowas, ne? Schon als Kind, seitdem ich acht bin, stehe ich in der Schmiede mit unten und sowas, weißt du? Also der Stahlbauer, Schlüsseldienst, Stahlbauer, wir tun natürlich Geländer und sowas, bauen alles, ne? Und dann ist mir aber halt schon da aufgefallen, letztendlich von wegen, okay, naja, mir befetzt das schon irgendwo aber halt, ich glaube nicht, dass du dann damals krass reich irgendwann wird oder sowas, weißt du, wie ich meine? Das klingt total dumm eigentlich, ne? Und vor allem aber auch, du hast halt bloß deine gewisse Zeit, wie lange du halt arbeiten kannst und mehr geht halt nicht, ne? Und um quasi noch mehr zu verdienen, könntest du halt bloß entweder deine Preise wie bekloppt halt anheben oder halt ganz schnell irgendwo arbeiten, aber auch das ist natürlich limitiert irgendwo letztendlich, ne? Und von da war für mich irgendwas vielleicht eher interessant, dass man das online machen würde, weil online ist halt, ja, irgendwas, ob ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt ein E-Book hätte zum Beispiel, ne? Ob ich jetzt das zehnmal verkaufe oder halt zehntausendmal, für mich ist der Aufwand, das E-Book zu schreiben, halt dasselbe. Der Rest der Nahe ist halt bloß mal gucken, was so geht, wisst ihr, wie ich meine? Und da war halt dann die Idee, irgendwas online zu machen und da hatte ich auch am Anfang sowas versucht wie erst mal irgendwas in Richtung schon Affiliate-Marketing zum Beispiel, ne? Weil es, ja, auf YouTube gegangen, geguckt, online Geld verdienen, los geht's, ne? Gib ihm. Und habe aber dann gemerkt, okay, ich habe keinen Plan, wie das überhaupt gehen sollte, noch nicht mal einen Ansatz, irgendwas gehabt, so in etwa, ne? Also das ist eigentlich auch so gut sofort auch wieder abgegeben. Dann dachte ich, okay, meine Mutti, die war Chefin von einer Schneiderei. Da dachte ich, okay, gut, wie wäre es, wenn du mit der irgendwie einen Online-Shop machst, wo ihr irgendwie eure eigenen Sachen verkauft, weil das wollt ihr auch schon immer mal machen, so eine eigene wie Boutique und sowas haben, ne? Aber da konnte ich noch nicht programmieren, entsprechend ist das dann auch ein bisschen ins Wasser gefallen und solche anderen, so Page-Bilder, die waren dann noch nicht wirklich ausgebaut damals. Also, man weiß nicht, das war vielleicht so 2016, 17 rum ungefähr. Aber auch, das war vielleicht, ich weiß nicht, ich weiß, es gab, glaube ich, sowas trotzdem, so wie Wix.com und sowas, das gab es, glaube ich, schon, wenn ich ehrlich bin. Es gab natürlich auch WordPress und so, auch klar, ne? Aber keine Ahnung, wie das bedienen sollte, noch nie was davon gehört damals, ne? Das kannte ich alles nicht. Und da ist das dann auch nicht so, ist auch nicht wirklich was geworden. Und da habe ich angefangen, mir Programmieren beizubringen für Webseiten, letztendlich eine HTML, CSS, Java und so, das ganze Zeug, was ich halt brauchte. Ich habe angefangen, mir beizubringen, wollte halt dann sagen, okay, gut, ich kann die ganze Zeit einfach selber coden, ist ja kein Problem dann. Aber, ja, es ist halt zwischen dem, was man halt theoretisch lernt und halt Praxis macht, dann doch noch ganz schön ein Unterschied gewesen. Gerade ich da halt vorher, ich habe vorher noch nie was krass mit Computern gemacht, ne? Und das war dann doch schon ganz, auch ein bisschen zu hart alles, ne? Aber hat mir trotzdem viel gebracht fürs Übung erstmal, sowas zu versuchen zu programmieren, einfach, obwohl ich noch nie was vorher gemacht habe, ne? War auch eine coole Sache erstmal, hat mir jetzt auch später halt mehr geholfen, ne? Und dann irgendwann bin ich aber darauf gekommen, dass irgendwie, ja, Mensch, Börse, irgendwie ist da vielleicht auch was, ne? Tu dich mal darüber informieren, das geht bei der Börse vielleicht ab. Und da war damals die Idee schon direkt zu sagen, okay, Mensch, wenn du da was findest, wo quasi viel Geld halt ist, mir einfach bloß einen kleinen Teil rausschneiden, das reicht mir voll aus, ne? So nach dem Motto von wegen, wenn irgendwo drei Milliarden an Geld fließen, mir reicht es, wenn ich davon, wenn ich da schon 0,01 Prozent rauskriege, ist das total viel Geld, ne? Das ist ja ein krankes Vermögen trotzdem, das reicht mir doch voll aus. Und da war quasi die Idee, irgendwas an der Börse zu machen. Und da habe ich quasi geguckt, wie das geht, bin da halt dann auf rebuy.de gegangen, habe mir einfach einen Haufen Bücher bestellt, die es überhaupt zu dem Thema gab, von Fundamentalanalyse über Anfängerbücher, über allgemeine Börsenbücher und Ratgeber und halt viel technische Analyse auch. Und da habe ich einfach angefangen zu gucken, wie das halt funktioniert, was es da für Zusammenhänge gibt und sowas. Ja, ich habe halt auch eingebildet von wegen, weil ich halt so mathematisch halt auch ziemlich viel auf dem Kasten halt habe, weiß, dass ich, okay, gut, vielleicht ist Börse viel mit so Zusammenhängen halt erkennen, was man quasi in der Mathematik auch bloß macht. Und da dachte ich, okay, gut, Börse wird es werden. Und dann habe ich das quasi, ja, viel drauf gesetzt, dass das auch wirklich wird. Ja, und jetzt sind wir hier quasi und jetzt versuche ich es euch halt mit beizubringen nebenbei. Genau. Also kam es quasi super über ein paar andere Sachen und dann irgendwann war halt Börse dann, genau. Hast du schon mal Futures getradet? Nee, habe ich nicht tatsächlich. Halt nur CFD, ne? Auf Futures direkt nicht. Ich hatte es mal, also ich habe bei IG.com, habe ich mir Demokontos damals aufgemacht auch. Da habe ich quasi dort Demokonto Futures getradet. Ja, okay, aber halt nie in ganz echt. Das nicht. Genau. Ich habe vor allem auch gerade eben, muss ich sagen, dass wir jetzt hier doch nach oben wegbrechen, weil wir haben quasi diese eine starke Abweißungskerze hier gehabt letztendlich. Das ist jetzt doch wieder hochgelaufen, ist eigentlich ganz schön bullig aus, muss ich sagen. Aber irgendwie, wir hängen jetzt hier oben dran. Auch der S&P kriegt jetzt kein weiteres Signal erst mal. Auch jetzt hier, wir machen mal so ein Hätte-Hätte-Fahrrad-Hätte-Ding, ne? Hätte ich jetzt quasi unten doch eine volle Size gehabt letztendlich, ne? Wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich hier eine Hälfte rausgenommen und hätte jetzt hier wahrscheinlich hier oben irgendwie jetzt hier ein Ticken Stück für Stück immer einfach mehr ausgescalt insgesamt, ne? Ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, okay, gut, wir kommen jetzt scheinbar irgendwie nicht hier weiter voran insgesamt, ne? Könnte man zum Beispiel als Idee sagen, okay, wie wäre es, wenn ich jetzt quasi von den weiteren 5 Lot, die ich jetzt habe, wie wäre es, wenn ich davon ein 2,5 Lot rausnehme, so minimal plus rausnehme, wieder den Rest laufen lassen, ne? Aber wieder bloß ein bisschen teilen, zumindest sichern, sage ich mal, ne? Wäre jetzt eine andere Idee zum Beispiel nochmal, allerdings jetzt hier für mich jetzt die Position quasi so klein insgesamt, dass es, okay, na gut, die ist jetzt trotzdem, was haben wir, 183 Euro ist die trotzdem vorne letztendlich, ne? Das ist vielleicht doch nicht ganz so klein, jetzt 190 Euro. Also, ich könnte jetzt darum sagen, okay, gut, wie wäre es, wenn ich jetzt davon 100 da wieder rausnehme, angewinne, zum Beispiel, ne? Wird zum Beispiel Sinn machen, aber okay, jetzt freut es aus, das ist jetzt auch ganz gut, okay, perfekt. War jetzt 43 Punkte vorne, okay, krasser Swing, also krasser Trade auf jeden Fall. Man wäre zum Beispiel eine Idee jetzt hier sowas, ne? Wenn man merkt, wie wir kriegen, zum Beispiel angekommen, wir haben jetzt so ein False Breakout, sprich, wir laufen hoch, werden wieder abgewiesen, ne? Zum Beispiel, wenn sowas jetzt hier irgendwie kommt, ganz lange doch hier oben dran, wäre es so eine Sache, irgendwas nochmal ein bisschen wieder mehr rausnehmen, ne? Einfach Markt wieder ein bisschen Luft lassen für den Rest der Position, wenn der Trade, wie gesagt, grün ist, laufen lassen, allerdings halt, wenn wir merken, es ist irgendwas, was gegen uns spricht, wie zum Beispiel jetzt hier, das ist genau so ein Verlauf jetzt hier, ne? Rechnen aus, und dann kriegen wir doch auf den Sack, quasi genau False Breakout, eigentlich eine Umkehrsache, muss man sagen, ne? Das ist ein sogenannter Shooting-Sack, was wir gerade eben jetzt hier oben sehen, diese Kerze, diese Inverted Hammerkerze, da eigentlich sowas wo man sagt, okay, man nimmt halt noch ein bisschen mehr Teilgewinn raus, ne? Ich würde es aber, denke ich, wie gesagt, jetzt einfach mal laufen lassen, ganz kurz noch weiter. Das ist jetzt, wie gesagt, relativ klein, sei es für mich, ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt gerade eben aussieht, zum Beispiel, ne? Genau. Genau, Frage zu dieser fiesen Kerze, mit dem ewig langen Docht vor ein paar Minuten, genau, ich weiß, welche du meinst, ja? Warte mal, ich will mal mehr reinziehen, sodass wir die gemeinsam sehen können nochmal. Du meinst diese Kerze hier. Wäre das nicht eigentlich auch ein Einstieg nach deiner Market Structure Zone Strategie? Wir haben ja dort die Zone und die brutale Ablehnung, oder wo ist mein Denkfehler? Market Structure Zone. Also meinst du einfach bloß diese, achso, du meinst bloß diese Zonenwiderstand-Unterstützungsgeschichte, meinst du, ne? Ja, also, ja, quasi schon auf jeden Fall. Das Ding ist halt, genau, man muss halt das immer ein bisschen getrennt beobachten, was halt für mich immer ein ganz wichtiger Faktor ist im Trading immer quasi, dass ich mir aus dem großen Bild irgendwo diese Grundtendenz herhole und erst dann versuche, zum Beispiel, das Beispiel bloß angenommen, ich habe jetzt, warum auch immer, bin ich Big Picture, quasi Tageschart oder Stundenchart zum Beispiel, irgendwas in diese Richtung vielleicht, ne? Bin ich extrem bullig. Wenn das der Fall wäre, da würde ich quasi, du hast recht, grundsätzlich ist das irgendwie eine Art wie Short-Sache, schon, auf jeden Fall gebe ich dir recht, aber halt, wenn ich irgendwo ganz, ganz bullig bin, würde ich niemals den Widerstand shorten, sondern, was ich machen würde, ist, ich würde versuchen, immer eine Unterstützung long zu geben, okay? Und quasi einen Widerstand einfach bloß, Gewinne rauszunehmen. Das heißt quasi, hier oben sowas, so ein Signal würde ich quasi jetzt nicht nur zum Short, wenn ich ganz krass bullig eingestellt bin, sondern halt bloß, um Gewinne mitzunehmen, letztendlich, ne? Anders sieht das aus, wenn ich jetzt zum Beispiel Big Picture, wenn ich sehen würde, wir sind im Tagesschart in einem Abwärtstrend und was weiß ich, was das alles sein könnte. Auf jeden Fall, ich bin krass bärig, wir haben vielleicht irgendwo eine Bärenflagge noch, wir haben vielleicht irgendwo so ein abfallendes Dreieck zum Beispiel, das sind ja alles so bärische Formation letztendlich, ne? Wenn ich jetzt Big Picture, total shortig wäre, auf fallende Kurse setzen würde, insgesamt, dann wäre genau das jetzt hier so ein Signal, wo ich sage, ich gehe short rein, genau. Mit der Idee, okay, wenn ich short eingestellt bin, wenn ich short gestimmt bin, dann tue ich quasi an den Widerständen versuchen zu shorten und dann quasi an den Unterstützungen, wie jetzt zum Beispiel hier unten, versuche einfach bloß wieder Teilgewinn rauszunehmen. Und wenn man das sogar unterschreitet, dann heißt es halt quasi wieder, dann wird aus dieser alten Unterstützung hier, z.B. wieder drunter laufen, ja, wieder ein Widerstand, ne? Entsprechend kann ich dann quasi daran wieder zum Beispiel shorten, ne? Das heißt, ich versuche quasi, da wo quasi dann meine, ich tue mir mal keine Zonen suchen, ja, auf jeden Fall, genau. Dann tue ich quasi versuchen, aber quasi bloß in, wie ist es sinnvoll mit dem Trend diese Zonen zu nutzen letztendlich, weißt du? Deswegen quasi jetzt hier in diesem Fall sage ich, okay, ich bin jetzt einander Bulli, ich hatte euch ja vorhin eingangs erläutert alles, warum das so ist, letztendlich, ne? Und quasi deswegen tue ich quasi den Widerstand, jetzt hier nicht nur zum Short, weil da wird ich ja quasi wie gegen den Trend handeln, sondern halte ich bloß nur, um quasi ein paar Gewinne rauszunehmen letztendlich, weißt du? Das ist quasi so ein ganz markanter Unterschied, genau. Ah, okay, also beispielsweise, dass wir über den Opening-Niveau sind, passt das ja auch nicht mit Short und Big Picture. Ja, genau, das war quasi genau diese Idee, die ich heute hatte, ne? Von wegen Big Picture, dieses Bulli-Zeug. Wir sind zwar natürlich auf Tagesschauern in dieser Widerstandszone drinne gewesen, ne? Das ist schon ganz kurz zu zeigen, ne? Ja, zum Beispiel jetzt hier im S&P in der Tagesschart, ja, in dieser Widerstandszone drinne. Okay, ja, aber halt ansonsten krasser großer Aufwärtsimpuls, das kann ja trotzdem nach oben gehen, ne? Deswegen da Bulli-Niveau, wir sind über dem Opening-Niveau, Bulli-Quasi, und hier Nasdaq, über dieser Gap-Geschichte hier, ist auch nochmal Bulli-ich. Und die Big Caps, die habe ich euch auch gezeigt, sind auch Bulli-ich. Da habe ich gesagt, okay, gut, Widerstand, für mich eher plus, von wegen, ich nehme was raus, an Teilgip, wenn du das Stuhl-Halt-Position kommst, sogar schließen letztendlich, ne? Genau, ganz wichtig. Ja, aber hast richtig verstanden jetzt scheinbar, genau. Ja, okay, Hannes hatte auch noch drei Lot drinne, wollte jetzt nicht so viel riskieren nach dem tollen Tag, aber wunderbarer Trade, ein Lot läuft noch. Okay, nice, auf jeden Fall cool, freut mich. Ja, da du quasi schon 2% Profit hattest oder sowas, ne? Mit dem Gold-Trade, das ist ja total irre, richtig geil auf jeden Fall. Jetzt hier noch, du hast mitgenommen, ja, schön, schöne Sache. Ja, krass, wenn du jetzt hier ewig lange seitwärts laufest, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe irgendwie erwartet von wegen, wir haben jetzt diese seitwärtsphase insgesamt ganz schön lange gehabt und so. Ich dachte wirklich, wenn wir jetzt entweder hier oben ran laufen oder halt hier unten ran laufen, dass wir halt dann sehr schnell eine Gegenreaktion oder halt eine Ausbruchsreaktion kommt und nicht, dass wir doch jetzt länger, was war das jetzt hier für uns für 20.58 Uhr, sprich vor 25 Minuten. Wir laufen seit 25 Minuten jetzt hier seitlich oben. Hätte ich jetzt nicht so gedacht, wenn ich ehrlich bin, ich dachte wirklich, dass entweder wirklich so ein kurzer Rücksetzer und dann ab nach oben wieder kommt oder halt von wegen, wir laufen zum Beispiel sofort durch oder auf jeden Fall irgendwas nachgegessen und nicht, wir laufen jetzt hier oben seitlich, weil das haben wir quasi ja vor uns in der Mitte von dieser Range so ein bisschen gemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass es nochmal hier oben passiert. Aber gut, das ist halt so, du willst scheinbar deinen Marken jetzt erstmal haben. Der testet quasi jetzt unsere Geduld, sage ich mal. Ja, genau. Ja. 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 Ja, das ist der Ausbruch kommen, wie gesagt, dann wäre so ein Ziel vielleicht sogar hier nochmals Tageshoch anlaufen. Das war echt krass interessant. Aber wie ist das überhaupt noch weg? Es wären nochmal so 50 Punkte, ist jetzt hier dieser Bereich. Ganz schön weit weg. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so realistisch ist für heute, wenn ich ehrlich bin. Aber können wir auf jeden Fall im Auge behalten, weil das so die nächste Großstation, die ich sehen würde. Man könnte vielleicht noch eine Sache, sehe ich jetzt hier links anhand der Strukturen, vielleicht sowas auch jetzt hier nochmal sehen. Warum sage ich das jetzt hier? Weil ich merke jetzt hier einmal, man kann das Verlauf so, nochmal kann das Verlauf so. Und jetzt hier dieses Rücksetzer wieder hochschießen, man kann das Verlaufstief letztendlich. Das heißt, hier ist vielleicht auch nochmal so ein anderer Zwischenbereich vielleicht. Dann haben wir 15.900 sowieso auch als Rundemarke, gefällt mir auch ganz gut sogar. Das ist richtig gut zusammen, denke ich, alles. Das wäre vielleicht auch so ein großes Ziel letztendlich. Und so können wir quasi ein bisschen heute den Intraday-Chart, denke ich, ja einteilen in diese Zone insgesamt. Und nur so am Rand dann für euch auch später vielleicht nochmal 15.900, wie gesagt, und 15.930, was dann heutzutage so sein sollte, so wie es ausschaut. Genau, 15.900 und 15.930 habe ich auch, 15.925 habe ich im Trailer Fox. Aber es passt trotzdem, ist ja fast selbe. Na gut. So, jetzt sehe ich das hier, warte mal. Wie geht hier los? Der Fleck. So, merkt vor uns, habe ich eine Freundin geschrieben und wegen, warte mal. Ne, hier ist doch irgendwo, hier ist irgendwo ein Fleck auf meiner Webcam, ne? Wenn ich hier meine, wenn meine schwarzen Haare davor, also mein Haar davor sind, sieht man den kaum noch, aber ist ja nervig. Kriege ich so einen blöden Fleck weg. Na, Klasse ist immer noch, na egal, muss ich dann aber später machen. Gerade eben erst gesehen. Stimmt, ja. Ich dachte vor uns, dass das eigentlich, wisst du, was das komisch ist? Ich habe manchmal bei mir, ich weiß gar nicht, warum das auch so ist, ich habe manchmal bei mir auf dem Monitor irgendwelche random Flecken so drauf manchmal, ne? Und Deswegen dachte ich die ganze Zeit, dass das auf meinem Monitor irgendein Punkt bloß drauf ist. Aber das ist auf meiner Webcam, weil wenn ich hier meine Webcam mitziehe, geht der Fleck leider mit. Okay, ja, neue Cam holen wir dem Trade. Genau, stimmt, das wäre auch eine Sache, genau. Stimmt, hast recht. Warum nicht? Ja. Ja. Genau, Hannes, okay, so Christian, vielen Dank mal wieder, schönen Abend euch allen noch. Ich gehe noch einen Feierabend, wir trinken mit den Kollegen. Oh, herrlich, das ging richtig gut. Ja, ich wollte mich halt eigentlich auch mit meinen Freunden noch treffen, aber irgendwie haben wir dann vor uns irgendwie doch noch wieder alle abgesagt. Bisschen schade eigentlich. Ja, mal gucken, ich werde wahrscheinlich heute Abend noch am Rechner einfach bloß verbringen, ein bisschen Glühwein ansetzen, mal gucken. Vielleicht geht es auch noch um einen Studentenclub oder so, mal schauen, aber das ist heute irgendwie so eine komische Harry Potter Party. Und ich weiß auch nicht, ich bin jetzt nicht so krass in der Harry Potter. Storyline drin, da wisst ihr, wie ich meine? Hm, weiß nicht, ob das jetzt so meins ist. Mal schauen. Kinder. Ja, lass schmecken. Prost, genau, Tjian, schreibt rein. Ja, genau, lass dir schmecken, Hannes, genau. Na ja, wird ein Abend am Rechner werden, glaube ich. Ja, danke euch, bis morgen. Ja, auch rein, Hannes, ne? Bis morgen Abend. Ciao, ciao. Das tut ja echt hier oben übelst lange rum, Iron. Ja, bei Internastic ist es noch nicht ganz so krass mit, also da sieht es schon nach Iron aus, aber im S&P sieht es noch viel schlimmer aus. Da macht er ja quasi Punkt hoch, Punkt runter, Punkt hoch, Punkt runter. Wisst du, wie ich meine? Das ist quasi noch mehr Iron, tatsächlich. Ja, noch ein Tipp für Darks Big Picture. Ja, nach oben hin einfach Big Picture Level einzeichnen, genau das mache ich. Und ich habe ja letztens auch, stimmt, ich habe immer noch meine, hier habe ich noch keine Zonen drin, weil ich den Chartdown nutze für andere Geschichten, weil ich immer da Sachen drin suche und sowas, ne? Egal. Was ich auf jeden Fall jetzt im DAX machen könnte, wäre einerseits, es sich immer lohnt, es nach Rundenmarkenausschau zu halten. Sprich, sowas wie jetzt aktuell 16.500 hat er jetzt zu Jahresbeginn, oder nicht Jahresbeginn, zu Jahresmitte schon mal gehalten, als Allzeithoch, ne? So etwas auch wieder im Blick haben, 16.500 oder halt an den nächsten 17.000 Punkte, okay? Das ist so das nächste große Ziel erstmal, weil ansonsten können wir ein folgendes machen. Jetzt hier ganz gut, mal gucken, wo haben wir jetzt das Tool. Müssen wir mal gucken, wo jetzt vielleicht so ein sinnvolles Extension Level liegt. Zum Beispiel können wir mir vorstellen, wenn ich jetzt hier von den Tiefs ausgehend mal die Extensions ansetze, fahren wir da jetzt hier so viele Level nach oben. Na gut, die sind jetzt hier noch im, ah, 20.000, das können wir uns hier stecken lassen, das ist jetzt nicht so das Sinnvollste. Da können wir vielleicht gucken, dass wir das ein bisschen hier verkleinern, vielleicht jetzt in den Bereich mal reingehen. Was haben wir da? 17.500 hätte man da als Extension Level zum Beispiel. Das andere, das brauchen wir fast gar nicht mehr anlaufen, ne? Das lohnt sich nicht mehr. Also 17.000, 17.500 würde auf jeden Fall Sinn machen. Und ansonsten, das Problem ist halt, dass es auch, ja hier Finanzradar, das brauchen wir jetzt nicht, ja gerade das Logo. Das andere Sache ist halt, im Normalfall, wenn wir neue Hochs machen, gucke ich ganz gerne nach irgendwelchen Formationen und nach denen ihren Zielbestimmungen. Das Problem ist halt, hier oben ist jetzt nicht wirklich eine Formation drin, hier ist weder eine Seitwärtsrange, wovon man irgendwie ein Ziel abmessen könnte, hier ist keine Bullenflacke drin, hier ist kein Dreieck drin, hier ist nicht wirklich was, wo man ein Ziel abmessen könnte, glaube ich erst mal. Das könnte man hier drinnen sehen. Deswegen, der Runde mag ich jetzt auf jeden Fall jetzt erstmal der Rate to go, glaube ich einfach, bloß man halt Preis-Action lesen, ne? Das ist auf jeden Fall das größte, was ich jetzt erstmal hätte selber. Und dann, hier über E-O-D-Waves Ziel zum Berechnen, wo müssen wir einen Account erstmal machen überhaupt, ne? Wie sieht denn jetzt hier so ein guter Account aus? Eins, zwei. Dann müssen wir mal gucken, wie man das zählen könnte eigentlich, oder? Wenn ich jetzt hier unten eine Eins mache, zwei, hier eine drei, vier, also drei, vier, fünf macht jetzt keinen wirklichen Sinn, wenn ich ehrlich bin, das wäre totaler Bullshit. Man müsste jetzt wahrscheinlich eine neue Impulsauffächerung machen. Wir machen eine neue. Eins, zwei, hier wird es langsam schon wieder Mist, aber ne? Hier eine drei, vier, wir müssen ganz kurz was abmessen hier, wartet mal, Leute. Wie lange ist denn jetzt hier diese, wie lange werden diese Welle jetzt hier? Die hätte 14%, bedeutet 1921 Punkte, okay. Also würde ich das jetzt hier quasi als drei nehmen und das jetzt hier als, weil das kann gerade keine vier sein, okay, das können wir vergessen. Ich weiß gar nicht, wie jetzt hier der beste E-O-D-Wave kann aussieht, wenn ich ehrlich bin. Wir können etwas ganz Verrücktes machen, eine gedehnte Fünf, ist eine gedehnte Fünf drin? Ich weiß nicht, hast du gerade einen, da bin ich auch raus und war nur eine Idee, ja, ist auf jeden Fall eine gute Idee, sage ich mal. Ja, könnte ich auch Folgendes machen, ich könnte jetzt hier, wenn ich jetzt hier doch diese drei zähle, vier, okay, das ist jetzt hier quasi alles dieselbe Wellenebene, eins, zwei, drei, vier. Und anstatt jetzt folgendes, dass ich jetzt hier quasi diese Fünf reinmache, na, können wir jetzt Folgendes machen, könnten wir jetzt eine gedehnte Welle Fünf reinmachen. Wir können jetzt quasi oben anfangen, jetzt hier eine kleine Eins, ich weiß aber nicht, ob es hinhaut, ne, eins, zwei, ah, da können wir jetzt hier eine Drei reinsetzen wahrscheinlich, eins, zwei, drei. Da hätten wir jetzt hier, ah, ich wollte jetzt hier gerade einen Extended Flat reinmachen, A, B, C, hier die vier, ah, da hat man einen Regelverstoß drin, ne, die hätten wir jetzt hier. Okay, das ist halt auch nicht in dieser Count. Neues überlegen, wenn ich jetzt hier, na, warte mal, diese Eins hier, die kann noch weg. Eins, zwei, drei, vier. Die gedehnte Welle Fünf hätte mir schon ganz gut gefallen. Dann passt das hier oben nicht mehr. Hm. Die gedehnte Drei kann ich nicht machen. Boah, wir können auch was richtig Komisches machen. Ich könnte auch jetzt hier natürlich die Vier, Fünf zu Ende zählen. Dann hätte ich quasi jetzt hier Eins, zwei, drei, vier, fünf, dann hätte ich quasi wie eine gedehnte Eins. Das ist ja auch richtig komisch. Dann hätte ich quasi jetzt hier, ah, okay, das würde auf jeden Fall Sinn machen. Warte mal, A, B, C, ein Dreier nach unten, eins, zwei, drei nach oben, eins, zwei, da ist man Mini hoch, eins, zwei, drei nach unten. Das müsste eigentlich ein Fünfer dann sein, da hätte man so ein Extended, so ein Running Flat. Ah, was ist hier die Lösung drin? Schlierig, Leute. Ich tue das mal wieder alles rauslöschen, ich tue auch mal die Skizsätze hier rauslöschen, die sehen nämlich richtig hässlich aus. Wir machen mal schon hier mit Schrift, ne. Ich kann mich mal ganz kurz noch zusammen machen. Wie sieht denn mein Trade aus? Gehe ich mir noch 35 Punkte im Plus? Okay, gut, von daher, ich glaube, wir haben genug Zeit, um jetzt hier irgendeine Späße zu machen, oder? Sieht es hier nebenbei aus? Ja, okay. Ja, ja, seitlich, Leute, okay. Wir haben jetzt nichts zu verlieren. Eine gute Sache eigentlich, ne? Wir machen es am besten. Wenn ich hier eine Eins mache, wie gesagt, Eins, dann hier die Zwei rein. Das ist am Ende, das hätte mir auf jeden Fall ganz gut gefallen, der Ansatz schon mal. Ich habe jetzt hier die, also eine Gedehnte Welle 1 ist auch krass unwahrscheinlich eigentlich, weil es sehr selten vorkommt. Aber warum eigentlich nicht, ne? Ja, ich würde jetzt hier eine 5 machen. Das ist schon auf jeden Fall die der Wellenebene alles. Genau. Wie heißt das, quasi, die Gedehnte 1, das ist echt verrückt, okay. Weil jetzt hier eine, das ist quasi jetzt eine Eins, die wir mal diese andere Wellenebene jetzt mit Blau mal machen, ne? Wir wissen, wie gesagt, fünf Wellen ergibt eine größere Welle. Okay, deswegen hier quasi 1, 2, 3, 4, 5 ergibt eine weitere Eins, ne? Ich würde jetzt hier Folgendes machen, und jetzt ist es halt verrückt. Ich würde jetzt mal ganz genau mal reinzoomen jetzt hier. Hier ist das Verlaufsorgerät ein Ticken höher als das. Jetzt habe ich euch schon mal auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5. A. Hier ist die 3. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ich müsste die 5 jetzt hier ranhängen eigentlich. Hm, ne, oder was? Damit bin ich noch nicht zufrieden. Das passt noch nicht ganz so, wie ich es wollte eigentlich, wenn ich den kleineren, also den Subwellen kauen quasi mit C. Das passt noch nicht so, wie ich es will. Wisst ihr, was ich nämlich überlegt hatte? Ich hatte nämlich Folgendes überlegt, und zwar, dass ich jetzt quasi, was, wie gesagt, es ist unwahrscheinlich, aber es hätte trotzdem noch passieren können, dass wir jetzt hier eine gedehnende Eins haben. Am Ende haben wir trotzdem irgendwie eine Welle 1. Und jetzt haben wir Folgendes. Wir haben nicht irgendwie so ein Zickzackmuster nach unten, was wir typischerweise sehen in so einer Welle 2, so eine scharfe Korrektur, sondern wir haben quasi eine Welle 1. Und dann haben wir jetzt quasi hier wie so eine Seitwärtsphase, als sogenanntes Flat heißt diese Formation. Und das ist quasi jetzt hier diese blaue, diese blaue Wellenebene, die wir jetzt hier haben. Das soll dieses blaue sein, dieses große 1. Das ist quasi hier irgendwie so ein ABC. Und vor allem aber jetzt hier, von diesem Flat, was wir jetzt hier haben, gibt es drei Variationen. Es gibt einmal das, was wir wirklich nahezu perfekt seitlich haben. Okay, es gibt einmal so ein Flat, was quasi so ein bisschen wie so eine weitere Aufwärtswägung schon quasi aussieht. Okay, es sieht aus wie so ein bisschen so ein Running Flat, nennen wir das direkt. So quasi wie so ein weiterer, leichter Aufwärtsdrend schon. Und dann gibt es quasi noch so ein sogenanntes Extended Flat. Es sieht quasi so aus, dass wir quasi ein bisschen nach oben kurz drüber brechen, aber auch quasi einen Ticken nach unten drüber brechen. Sprich, wir können jetzt hier dieses eine hoch, ein bisschen kurz überschreiten, aber auch dieses eine tief kurz unterschreiten. Okay, und hier ist quasi überall dieser 1 hier vorne dran. Das sind so diese drei Variationen von diesem Flat. Und hier oben sehe ich gerade so eine Art wie möglicherweise dieses Running Flat hier drin. Seht ihr das? Quasi diese große 1. Und dann jetzt haben wir quasi so jetzt hier dieses Running Flat. Okay, das war jetzt nicht mehr weg das tief getroffen, aber quasi hier so eine Variation hier. Seht ihr das Ding? Hier oben drinnen. Und hier gibt es quasi, hier wäre quasi dann diese 2, das ist hier quasi in die nächste Welle 3 irgendwo reingehen. Das ist das, was ich gerade eben als Idee habe. Bloß das passt gerade eben noch nicht im Subwellencount zusammen, wie ich es mir vorstelle, wenn ich ehrlich bin. dann, weil so ein Flat hat so ein, wenn ich mir, pass auf, wenn wir uns so ein Flat angucken, gerade jetzt hier wieder so ein Seitwärtsding insgesamt, dann haben wir jetzt hier in diesem Subwellencount ja am Anfang drei kleine Wellen, die nach unten gehen, drei kleine Wellen, die nach oben wieder gehen. Okay, das ist jetzt keine drei. Drei kleine Wellen, die nach oben gehen, dann wieder fünf Wellen, die nach unten gehen. Und ich finde allerdings nicht hier diese drei, drei, fünf finde ich hier drin allerdings nicht. Wissen Sie, wie ich meine? Das ist gerade so ein bisschen das Problem, was ich habe, dass irgendwie auch die Idee nicht wirklich von Erfolg bisher gekrönt ist zumindest, weil der Subwellencount hier noch nicht stimmt, zumindest übersehen, oder ich übersehen bloß zumindest. Also ich lasse jetzt, eins, zwei, drei, vier, fünf, das passt im Subwellencount, dann wird den Kurve nach unten. Jetzt quasi hier eins, zwei, drei, vier, du wirst eigentlich auch die fünf hier vorne ranhängen, das sieht total dumm aus an der Account. Und das geht, ne? Ach, wie ist hier die Lösung? Ich sehe es auf jeden Fall nicht, Leute, ne? Bisschen peinlich gerade, aber ich sehe nicht, wie der Account von hier unten sinnvoll weitergehen könnte, wenn ich ehrlich bin, gerade eben. Vor allem auch eine gedehnte Eins ist auch so unrealistisch eigentlich. Na gut, na, es ist halt natürlich die Frage, soll es eine gedehnte Eins sein? Man könnte auch natürlich folgendes Spiel machen, das ist natürlich auch eine Sache, dass ich sage, okay, gut, ist vielleicht jetzt hier dieser eine Subwellencount, okay, mal entwägen, und das ist halt vielleicht doch nicht bloß eine gedehnte Eins, sondern es ist vielleicht halt dann doch, deswegen mache ich jetzt einen Ticken größer, ich halte jetzt doch die nächstgrößere Wellenebene, dann können wir jetzt ja doch diese Sache im Groben mit diesem Running Flat spielen. Also jetzt hier quasi dieses A haben, dann quasi jetzt hier drüben das hohe B haben, wie gesagt, das ist ein Ausnahmefall von diesem Flat, okay, und dass wir quasi jetzt hier dieses C haben, und dann hätten wir quasi jetzt hier ein Fünfer nach oben, ein Dreier quasi seitlich als Korrektur, und dann hätten wir quasi jetzt hier drüben dann unsere zwei abgeschlossen. So weit, so weit, so weit, so gut erstmal, das würde erstmal passen, und Indiz dafür, wenn wir so ein Flat hätten, wäre das irgendwie bloß, ich weiß nicht, so 23% Korrektur haben vom Fibonacci-Tracement-Level vielleicht, da können wir das vielleicht noch bestätigen, tun wir jetzt deswegen mal die Welle 1 jetzt hier quasi abmessen, ich tue auch mal jetzt hier das 23% noch mal anzeigen lassen. Okay, und wir merken es quasi, wir haben hier das, das ist genau das, was wir jetzt haben als Indiz, wir haben quasi diese Welle 1, diese große Bewegung nach oben, haben wir quasi ziemlich perfekt hier um genau 23,6% plus korrigiert. Deutlich quasi, das wirkt auch so ein Flat erstmal hin, das passt erstmal so weit, auf jeden Fall. Ja, gut, und jetzt ist die Frage, wie kommen wir jetzt von, haben wir den 1, 2, aber auf jeden Fall, jetzt sieht es schon mal ganz gut aus, wie gesagt, im Subway Account, ich bin noch nicht ganz zufrieden damit, das passt noch nicht so perfekt, wegen dem, wegen dem Käse hier oben so ein bisschen, das gefällt mir echt noch nicht ganz. Deswegen schreit ich nicht, ob das wirklich die Klaus ist, aber es ist auf jeden Fall bisher so ein bisschen, ich habe jetzt hier, hier ist nirgendwo eine Regelverletzung drin, hier passt erstmal alles noch dazu, wisst ihr? Das ist vielleicht ein valide Setup erstmal, aber irgendwie, im Subway Account passt das ja noch nicht zusammen, weil, egal wie ich hier irgendwie den Dreier hier nach unten, kann ich auf jeden Fall hier reinknallen erstmal, das ist nicht das Problem, sage ich mal, jetzt wenn ich hier nach oben zählen möchte, wie gesagt, ich bräuchte einen Dreier nach unten, Dreier nach oben und fünf wieder nach unten an Wellen, okay, dass ich jetzt quasi jetzt hier, wir machen jetzt den Dreier rein, A, B, C, da würde ich hier bei diesem hoch rauskommen, zum Beispiel, jetzt müsste ich quasi von hier aus eine Fünfer-Abwärtsweite zählen bis hier runter, die sehe ich auf jeden Fall nicht, wenn ich ehrlich bin, die sehe ich auf jeden Fall gar nicht, von hier aus, eins, zwei, drei, vier, fünf, das würde ich glauben, würde das jetzt hier, eins, zwei, drei, vier, fünf, das würde ich abkaufen, das klupe ich mir selber, ist hier oben, weil wir haben jetzt hier oben wie so ein spreitendes Dreieck zumindest drin, das können wir uns vormerken, ist schon mal interessant, damit können wir mal, damit können wir was anfangen, warte mal Christian, Wege sind immer am Ende von so einer, also quasi an der letzten Korrekturwelle, das wäre quasi genau diese Welle B, das passt auch schon soweit erstmal, gut, da wäre das gerade wie jetzt hier so ein großes, naja, okay, das würde gehen, das wäre jetzt okay, glaube ich, das ist aber, das ist was ich jetzt gerade eben sehe, quasi, wir hätten es wie jetzt hier, okay, jetzt wird es richtig hässlich und unübersichtlich, okay, dann quasi jetzt wie hier so ein kleines, wie so ein Mini A, jetzt können wir jetzt quasi hier so ein A, B, C jetzt hier runtercounten, ich denke, das habt ihr jetzt erstmal gesehen, jetzt haben wir quasi jetzt hier nach oben so ein A, B, C, D, E, quasi fünf Sachen tun, den Dreieck bestätigen, haben wir jetzt quasi oben genau drin, das ist das jetzt hier, das hier ist A, B, C, D, E, ne, ein Dreieck, quasi jetzt leider kein Dreieck, aber halt ein Dreieck, also ein Umgekehrsdreieck in diesem Fall, das passt trotzdem soweit, das ist okay erstmal, aber es wäre auch, na, wäre auch ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen, das würde, glaube ich, passen zumindest, einfach diesen Fünfer nach unten, okay, man könnte es wahrscheinlich schon irgendwie reindrücken, glaube ich, mit Bülkrampf geht das schon, glaube ich, dass es hier so passt insgesamt, okay, gut, und jetzt kommt also die Frage mit den, genau, jetzt kommt natürlich auch die Frage mit den Ziele schon nach oben, und jetzt müssen wir gar nicht mehr überlegen, ich muss mal ganz kurz, wartet mal, ich muss noch ein bisschen mogeln nebenbei, wartet mal, wartet mal, ich würde selber gerade ganz gucken, was in den Richtlinien drin steht, wie weit die Welle 3 dann nämlich geht, wahrscheinlich irgendwas 38er Extension oder sowas, schätze ich mal, aber wer weiß, lasst uns das mal herausfinden, wo poppt jetzt hier bei mir irgendwo was auf, hier haben wir was, das können wir gleich noch zu Ende machen, ich denke mal, ihr habt sowieso noch Zeit, so, wo ist denn mein Videokurs, da habe ich nämlich die PDF mit den Richtlinien drin, hier Videokurs, Technik-Analyse-Kurs, oder die PowerPoint, da gucken wir mal rein, wir gucken mal in die PowerPoint rein, also weiß ich, wer hat von euch mein, wer hat mein Technik-Analyse-Videokurs, da dürft ihr jetzt diese Slides hier alles kennen, das ist ja auf meiner Webseite drauf, dieser eine Kurs, da müssen wir mal jetzt hier einmal ganz nach unten scrollen, wird es hier, Elliot-Wellen-Theorie, Grundregeln haben wir erstmal, das ist jetzt nicht, also hier die Grundregeln, kennen wir, es gibt quasi weitere Grundregeln, das sind quasi eigentlich alles bloß Sachen, die kann man aus diesen ersten Regeln jetzt hier quasi einfach ableiten, das ist quasi total larifari eigentlich, das ist nicht so schlimm, aber viel wichtiger jetzt für uns ist, das sind jetzt hier die Richtlinien, dann steht jetzt hier irgendwas drin, Welle 3 dehnt sich häufig bis auf 161% oder halt 261% aus, das ist schon mal, das könnten wir vielleicht gebrauchen, okay, ist Welle 3 gedehnt, ist Welle 1 und 5, 3 und zeitlich gleich, das ist die Wellengleichheitsrichtlinie, das ist jetzt nicht für uns relevant, bloß die Einrichtlinie mit 1 aufgeschrieben, ist ein bisschen schwach von mir, nicht pass, ist es nicht, aber okay, gut, 161, 161, Tracement Level, ich glaube, das ist aber jetzt hier nichts, diese Welle 1 ist halt so extrem krass lang, das kann man eigentlich vergessen, das wird jetzt hier was anlegen, da kommen wir hier irgendwo bei 20.000 raus, wisst ihr, wie ich meine, deswegen das jetzt nicht gerade so das Wahre, wenn ich ehrlich bin, hm, schwierig, das können wir am besten, wir können am besten die weiteren Ziele bestimmen, hm, schwierig, wie sagt er so, hm, kommen wir eure Ziele zum Bestimmen, eine andere Sache auch immer, die können wir auch immer, dann im Blick behalten, irgendwann mal übrigens, das sind natürlich Trendkanäle, bloß mal so am Rande, ich tue mal einen Einzeichner, aber der wird auch noch astronomische Ziele haben, das ist glaube ich jetzt nicht für uns für die nächsten paar Tage zumindest relevant, aber wir tun es mal einzeichnen aus Spaß, und zwar, was wir quasi auch immer wieder sehen ist, wenn wir in der Elfene Theorie den logarithmischen Chart reinmachen, dann quasi über diese, quasi den Startpunkt hier unten, das ist ja quasi wie, ne, hier unten, das müssen wir gleich mal mit reinmalen, das ist quasi jetzt hier unten wie so ein, wie so ein Startpunkt Null letztendlich, ne, und wenn wir quasi jetzt hier so diese Punkt mit diesem Punkt verbinden, und mit dem Punkt hier, quasi drei Punkte, können wir quasi den Trendkanal definieren, okay, so, das war ganz kurz hier einzeichnen, ich würde das ganz kurz mal zeigen, wollen wir denn hier parallel Channel, okay, das heißt, du kannst jetzt diesen Punkt hier unten den Startpunkt quasi mit diesem Punkt hier verbinden, okay, und darauf tut jetzt quasi hier eine parallele Linie letztendlich ziehen, die quasi genau jetzt hier diesen Punkt 1 letztendlich hier markiert letztendlich, okay, und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass quasi diese Welle 3, quasi irgendwo letztendlich, das würde ich mal ein bisschen weiter länger ziehen, dass die Welle 3 halt irgendwo an dieser oberen Trendlinie entlang irgendwo halt sein wird, ob das jetzt am Ende jetzt hier liegen wird, oder halt hier oben irgendwo, boah, das können wir gerade eben jetzt nicht wirklich so genau sagen, und das ist genau das, was jetzt der Helmut reinschreibt, genau das war irgendwo bei 19.000 draus, ne, wir hatten ja vorhin auch schon mit Extensions gesehen, dass allein, wenn wir hier die Extensions drüber legen, dass da auch schon bei 20.000 rauskamen, ne, weil wie gesagt, das ist ein krass langer Impuls, wie wir am Anfang gewesen sind, insgesamt diese ganze lange Bewegung, ne, das ist alles schwierig, aber irgendwo hier könnte potenziell auch dann die Welle 3 beendet sein letztendlich, ne, so, ob wir auf jeden Fall auch mal machen können, vielleicht mal jetzt hier kurz vor sogar reingucken, mal, deswegen ist es bloß soweit dazu, so Trendkanäle nochmal mit, das ist ja auch total coole Zielbestimmungssache, allerdings auch hier astronomisches Ziel, erstmal sieht es nichts für die nächsten Tage, so, wie wir aber sehen, wir sind gerade eben jetzt hier in der Mitte von der Trendlinie auch dran, äh, von dem Trendkanal, und das ist auch schon mal, diese mittlere Trendkanallinie ist auch meistens ganz gut Unterstützung oder Widerstand, das ist auch interessant, ähnlich wie wir gerade eben, wollen wir es hier nochmal, ähnlich wie wir gerade eben jetzt hier auch, äh, im Trade letztendlich hier, diese Mittler, äh, von dieser Seite wird es Range hier, und hier quasi haben wir auch quasi so diese Mitte genutzt als Unterstützung und Widerstand, ne, hier dieser Bereich, und ähnlich ist es auch bei Trendkanälen, das ist quasi eins zu eins das selbe letztendlich, ne, weil wir wissen auch, Trendkanäle ist ja eigentlich nichts anderes wie eine Seitwärtsrange mit irgendwie einem Steigungswinkel noch, wisst ihr, wie ich meine, deswegen diese Prinzipien sind alle eins zu eins gleich übertragbar tatsächlich, ne, dann ist es quasi genau dran, das heißt, das ist schon mal auf jeden Fall ein Widerstand, okay, und mit der 16.500, wie gesagt, runde Marke, ne, das können wir vielleicht in diesem Blick behalten, was jetzt aber auch interessant ist, was wir jetzt mal gucken könnten, oder folgend ist, und zwar allein bloß jetzt hier, der letzte Anstieg hier, da kann man natürlich auch noch einen Mini-Subwellen-Count reinzählen, weil wir haben jetzt hier natürlich auch noch oben so einen wunderschönen 1, 2, 3, 4, 5er drin, seht ihr das hier drin, auch wunderschöner Aufwärts, also E-Jod-Wellenimpuls, oder? 1, 3, 4, 5, wunderschön, und vor allem wir sehen, das ist okay, 3 ist mit Abstand die längste, das passt schon mal so weit, wir merken 4 ist nicht in der Welle 1 drin, das ist auch so weit, die Welle 2 geht nicht nur in die Welle 1, ich könnte mir auch vorstellen, mit Kram können wir also auch hier in eine gedehnte Welle 3 wahrscheinlich reinzählen noch, aber es wäre dann echt, glaube ich, zu Mini, wahrscheinlich ist das dann auch so ein Subwellen-Count, aber was wir auf jeden Fall machen können, worauf ich jetzt hinaus will, wir haben jetzt hier ein bisschen die Wellen gleich, man kann es kurz anwenden, wir gucken quasi, okay, die potenzielle Welle 1, die können jetzt hier so groß sein, gerade hier das Startpunkt, ich tue nochmal ganz kurz den Count reinmalen, dass das jeder nochmal sieht, also jetzt genau so hier, so wird jetzt wahrscheinlich der E-Wellen-Count aussehen können, die so 5er nach oben insgesamt, dass diese Welle 1 quasi genauso lang ist wie die Welle 5, das heißt, ich würde jetzt diesen Custom einfach mal duplizieren und würde jetzt quasi genau jetzt hier an diesen Punkt jetzt hier unten mal ranlegen, gucken wir, ob ich den jetzt genau treffe, der wird jetzt hier ungefähr sein und dann hätten wir, was haben wir jetzt oben für einen Kurs, 16.587 scheinbar als mögliches Ziel, auch von der Wellengleichheitsrichtlinie her, vielleicht auch, gut, also mehrere Faktoren, die jetzt sagen, dass wir jetzt hier einen Top haben, oder genau jetzt hier oben, Trennkanal, Mittellinie, rund am Auge sowieso insgesamt, und auch jetzt quasi hier möglicherweise diese Wellengleichheit kurzfristig, oder? Ja, würde mir auch gefallen, ja, das könnte ich mich auch anfreunden, auf jeden Fall. Da müsste man gucken, das ist quasi jetzt hier so ein kleiner Subwellen-Kausse, wie jetzt quasi hier so eine, diese Wellenebene, die wir jetzt hier zählen können, ist quasi genau wie dieses Schwarz 1 hier drüben letztendlich, ne? Gucken wir mal, ob wir jetzt hier so ein ABC runter haben und dann wieder hochlaufen und dann irgendwann sind wir jetzt hier oben dann in Zukunft, ne? Aber wer wäre jetzt das hier in den Sternen, glaube ich, drinne. Genau. Ja, aber es scheint so ein bisschen als hätten wir jetzt hier oben sowieso einen Top, glaube ich, Also ich sehe zumindest jetzt auf den ersten Blick drei Faktoren scheinbar nach Elliot, na gut, also zwei Faktoren nach Elliot, ein Faktor nach Runde Marke, einfach bloß die doch, jetzt schon sage ich, dass wir gerade am Widerstand erstmal dran sind, ne? Das hätte ich jetzt nicht wirklich schon mit Fibonacci's gemacht, na gut, was soll's. Sonst können wir was anderes noch lesen, weiß ich, wir können wahrscheinlich noch andere Sachen sehen, aber EO-Wellen zählen, jetzt hier noch neue Lösungen versuchen zu finden, sind jetzt hier noch eine Stunde, glaube ich, drinne, wieso ich meins will ich euch jetzt nicht antun. Was ja auf jeden Fall noch ganz kurz gucken will, ist, wir sind jetzt hier über der Trade nebenbei aus, okay, wir sind nur noch jetzt hier oben dran, okay, ich bin 35 Punkte gerade eben vorne mit der Restposition, okay, gut, ich würde auf jeden Fall mal, der auch untereinander ausblickt, denke ich, oder? Also ich würde es auf jeden Fall dabei mal überlassen, oder Exkurs meine ich nicht, Ausblick, aber ich würde es dabei erstmal für heute überlassen, Team, wir würden uns morgen Abend wiedersehen, ab 20.30 Uhr, wer Lust und Zeit hat, ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, genießt euer Feierabend, Bier oder auch immer, was ihr jetzt trinkt, vielleicht auch Glühwein im Winter und dann sehen wir uns morgen, ne? Erfolgreicher Handelstag, euch morgen und heute auch noch, wer noch was handeln will, die letzten 10 Minuten, mal gucken, ich bin auf jeden Fall happy erstmal, ich lasse die Person erstmal so laufen, wahrscheinlich auch potenziell overnight einfach, weil ich habe jetzt ein krasses Profitpuls da, warum eigentlich jetzt das Ding nicht laufen lassen, oder? Ich bin jetzt gerade, wie gesagt, jetzt 33 Punkte vorne, vielleicht habe ich Glück und es läuft über Nacht sogar noch weiter nach oben, mal schauen, mal gucken, genau, okay, Christian, vielen Dank für die vielen Informationen und auch einen schönen Abend noch, genau, bis morgen, wir sehen uns, super, bis morgen, danke, haut rein Team, genau, bis morgen Abend dann und wer es drin hat, einfach laufen lassen, denke ich, genau, schönen Abend, war sehr informativ, kein Problem, haut rein Leute, tschüssi, macht's gut und ich muss erstmal Aufnahme beenden, ne?